Jo 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 jahle Ich hab' einen Ausschlag Am, am, am Arm Ja, ich Gott sei Dank Ja, immerhin Ladies and gentlemen Hier ist für Sie Herzfeld Late Night Hallo da draußen an die Empfangsgeräte, an alle Ohren, die uns jetzt in diesem Moment hören können. Wir freuen uns, dass ihr uns euch dazu entschieden habt, wieder einzuschalten. Herzlich Willkommen zu einer ganz neuen Folge von Herzfeld Late Night. Heute ist Folge 15 und deswegen haben wir uns heute ein ganz besonderes Thema ausgedacht. Herzlich Willkommen, liebe Late Nights, zur großen Gaming-Folge und natürlich auch herzlich Willkommen an Micha. Ja, was geht, wie immer, relativ normales Zeug, hätte ich jetzt mal behauptet, also nichts aufregend viel. Einfach so voll am Leben gerade, einfach so am Neilebe, am Ohrenlebe. Ja, schon, schon. Krass. So wie es halt noch mal so ist, gell. Tja, ja. Ich habe gehört, du hast gerade eventuell vielleicht Urlaub? Ja, richtig. Seit, also ich hatte letzte Woche noch Nachtschicht und von Donnerstag auf Freitag meine letzte Nachtschicht und habe dann noch den Früh geschafft, bin dann rausmarschiert und ja, habe mich erst mal dann kennengelernt. Aber dann hat mein Urlaub gestartet und ich bin seitdem, ja, wie sage ich mal jetzt, im Chill-Mode angekommen. Sehr geil. Und habe jetzt dann zwei Wochen einfach mal mäßig, mäßig viel zu tun. Das ist richtig nice. Und ja, gucken, dass ich einfach mal ein bisschen die Füße hochlege, so mal ein bisschen das mache, was ich nicht dazugekommen bin, die letzten Wochen, Monate. Gerade ein bisschen Musik machen habe ich vor und die ganzen Rubrik-Einsprecher wollte ich ja mal machen. Dann vielleicht kriege ich da auch noch was auf die Kette. Aber dann schon relativ unspektakale, vielleicht ein paar Ausflüge machen wir. Aber Größeres geplant haben wir jetzt noch nicht. Wie schaut es denn bei dir aus? Ich habe jetzt heute noch einen Spätdienst gearbeitet und wir nehmen jetzt praktisch in der Nacht zu meinem ersten Urlaubstag auf. Vielleicht habe ich jetzt auch eine Woche Urlaub, denn wir haben nämlich nächste Woche unseren ersten Hochzeitstag tatsächlich. Das ist mega krass, dass das einfach schon ein Jahr her ist. Das ging gefühlt mega schnell und aber gleichzeitig irgendwie mega langsam. Also die ganze Corona-Pandemie hat sich so angefühlt, als würde es sich ewig ziehen. Und trotzdem ist es irgendwie super schnell rumgegangen. Es ist super seltsam irgendwie. Ja, da haben wir uns dann einfach zusammen eine Woche Urlaub genommen und das wird dann auf jeden Fall auch dementsprechend genossen. Ja, was ganz cool ist, ich habe mich vor der Pandemie tatsächlich noch, noch bevor es Kinder waren, mit einem Freund getroffen, auch zu Musik machen. Grüße raus an dich, René, falls du das hören solltest. Und da haben wir jetzt endlich mal wieder gesagt, okay, ich habe Urlaub und wir sind beide komplett durchgeimpft und da steht einem weiteren Treffen zum Mucke machen oder halt einfach mal wieder zum Zusammensitzen nichts mehr im Wege. Und das nehmen wir dann in Angriff und da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf und mal gucken, was dieses Mal wieder bei rumkommt. Mega cool. Ja, Leute, herzlich willkommen nochmal zur Gaming-Folge, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, es ist so, Gaming-last sich bisher schon. Rundumschlagmäßig habe ich noch ein kurzes Thema zu erzählen. Micha, du hast gesagt, du hast sonst nichts mehr. Genau, bin durch, bin verrückt. Ich, ähm, für alle diejenigen, die hier in der Gegend um Arlen rumkommen, ähm, die haben wahrscheinlich schon mitbekommen, dass er demnächst, beziehungsweise im Moment mal, ich muss gleich kurz gucken, die Folge kommt raus am 25. Okay, ähm, dann ist nächste Woche für euch, die ihr das jetzt hört, äh, Oberbürgermeisterwahl in Arlen und, ähm, am 18. Juni fand, äh, vom Stadtjugendring Arlen aus ein Twitch-Livestream statt, in dem vier der fünf Oberbürgermeisterkandidaten in Minispielen gegeneinander antreten mussten, um Punkte zu sammeln. Und dann konnten sie, beziehungsweise, ähm, ja, mussten sie sich Fragen aus dem Live-Chat stellen. Das Ganze wurde, wie gesagt, äh, organisiert vom Stadtjugendring Arlen, äh, namenführend der Kevin Dubina, der, äh, ein Kollege und Kumpel von mir ist und den du, äh, Micha auch kennst, glaube ich. Heißt du nicht Duboki? Ja, so heißt der auf, äh, auf Facebook. Ah, okay. Aber ich glaube, der heißt nicht wirklich so. Nee, ich, ich weiß nicht, manchmal, manchmal, äh, ja, der Kevin halt, der andere Kevin. Bei uns auf, der hat, genau, Grüße gehen auf jeden Fall raus, ähm, der übrigens auch, äh, schon länger mal Gast im Podcast sein will. Ja, deswegen, die Gästen haben wir bis jetzt noch nicht so ganz auf die Kette gekriegt, das irgendwie mal, äh, ich hab ja auch noch, äh, zwei auf der Liste und, ja, mal gucken. Ja, wir prokrastinieren noch ein bisschen, ähm, jedenfalls, äh, der, der war da federführend und hat das organisiert und hat mit, nämlich, glaube ich, wir waren am Ende irgendwie elf oder zwölf Leute, äh, köpfigen Team, äh, diesen Stream über die Bühne gebracht. Und er hatte mich auch angefragt, ob ich Lust hab, da mitzumachen, weil wir uns ja, ähm, er hat bei uns, äh, während der Corona-Pandemie eine Zeit lang ausgeholfen, bei uns auf Arbeit, obwohl er eigentlich, ähm, ja, woanders arbeitet. Also, äh, äh, auch innerhalb meiner Einrichtung, aber an einer anderen Einsatzstelle. Und er hatte eine Zeit lang bei uns ausge, äh, äh, ausgeholfen und wir haben uns gut verstanden und er ist auch irgendwie so ein bisschen am Streamen und so, ne? Und, ähm, er hat mich dann angefragt, ob ich bei diesem, bei diesem Livestream mitmachen will als Kameramann und da war ich natürlich dann mit am Start. Und, äh, ja, wenn ihr das hier hört, ist dieser Stream jetzt eine Woche her und das war ein megacooler Abend. Das hat alles, also die Technik hat supergut funktioniert. Ähm, es ist, es hat alles gepasst, es ist nix schiefgegangen, das, wir waren von der Zeit, sind super hingekommen, das war megacool und, ähm, wir hatten, wir hatten so optimistischerweise mit so vielleicht 20, 25 Zuschauern gerechnet, Aktiven, die dann auch Fragen stellen und wir hatten einen Peak am Ende von 75 Zuschauern. Also, das war weit mehr Zuschauer als erwartet für so ein, für so ein, äh, Event, das ja, ähm, vor allem Jugendliche ansprechen sollte und, ähm, die Jugendlichen eben begeistern soll für Politik und gerade für Kommunalpolitik und so. Und das war ein sehr, sehr, sehr gelungener Abend und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da einfach mal, äh, in so einer, in so einer, in so einer, na doch, relativ großen Produktion, zumindest was meine Verhältnisse angeht, äh, irgendwie mal dabei zu sein und mitzuwirken. Das war echt, echt richtig nice, also nochmal, äh, falls von dem Team oder von dem Abend irgendwie das, das jetzt irgendjemand hört, Grüße gehen raus an euch, ähm, das hat echt richtig Spaß gemacht. Ich hab auf jeden Fall Bock, da nochmal irgendwas zu starten irgendwann. Und vor allem, äh, Grüße gehen raus ans Haus der Jugend in Aalen, da haben wir das nämlich, äh, gemacht, da hat der ganze Stream stattgefunden und die waren so super kooperativ. Und, ähm, einer, glaub ich, der Azubi oder der, ich weiß nicht, ob er Student ist oder so, der da arbeitet, der hat gesagt, nächstes Jahr muss er ein Projekt machen und da würde er gern im Haus der Jugend eine LAN-Party aufziehen. Und dann hat er gefragt, ob wir da auch am Start sein wollen und wir haben gesagt, ja, safe sind wir dabei, Alter. Ja. Ja, passt da wieder perfekt ins Thema Gaming rein. Ja, mega, oder? Nice. Richtig gut übergeleitet. Sehr schön. Und soweit ich weiß, kann man den Stream ja auch nachgucken auf dem Twitch-Kanal, oder? Der, äh, auf Twitch ist das Video-On-Demand, glaub ich, zwei Wochen, aber ich meine, sie werden es auch auf YouTube hochladen, wenn ich es noch richtig weiß. Da kann man es auf jeden Fall nachholen, genau. Ja, absolut. Genau, soviel dazu. Ähm, und nun würde ich sagen, lassen wir das Geplänkel hinter uns und schreiten voran in unser eigentliches Thema. Denn was gibt es Schöneres, äh, äh, auf, auf den Urlaub blickend mit einem Kumpel einfach nur über Gaming zu quatschen? Das Herzfeld Late Night Gaming Special. Nice. Äh, ja, also haben wir schon länger, äh, also das Thema Gaming verbindet uns ja so, glaub ich, von unseren Hobbys überschnitten am meisten. Und da haben wir auch wahnsinnig, äh, drüber viel zu erzählen. Wir haben uns jetzt heute mal so einen kleinen Plan gemacht, über was wir reden wollen. Natürlich haben wir die, äh, Zuhörerfragen von, von Instagram auch mit reingeschmissen. Oder bringen wir mal mit rein. Und dann, äh, denke ich mal, wird es heute ein, äh, sehr interessanter, lustiger, vielleicht auch trauriger, wer weiß, äh, Gaming-Talk. Ähm, mal gucken, was da rumkommt. Und mit, mit großer Sicherheit wird es, äh, nicht der Letzte sein, weil, ähm, nee. Also allein die Themen, wo wir haben, das, das schneidet alles nur so mal so ein bisschen an, äh, aber wirklich da tiefer in die Materie reinzutauchen, äh, braucht man dann natürlich dann, äh, viel, viel mehr Zeit. Und, ja, mit, mit der Folge 1, sag ich jetzt mal, von, von, äh, von den Gaming-Specials, äh, starten wir uns heute mal einfach, äh, rein. Genau. Wir haben uns überlegt, wir wollen ganz am Anfang ein bisschen über die E3 reden, die ja jetzt, äh, vom, äh, Dings vom 12. bis 15. Juni stattfand, ja. Das ist ja die Electronic Entertainment Expo, also die, die, ja, im Prinzip größte Videospielmesse der Welt. Da wollen wir ein bisschen drüber quatschen, was es da so für Neuankündigungen gab und so. Dann wollen wir eben die, wie Micha schon gesagt hat, die, die Fragen der Late Nights mit reinbringen zum Thema Gaming, weil da gab's ja wieder eine Umfrage auf Instagram. Äh, dann haben wir noch ein paar eigene Themen im Gaming-Bereich, über die wir gerne reden würden. Und am Ende haben wir natürlich noch, passend zum Gaming-Thema, Ohrenschmäuse, die, ähm, die, die auch Gaming-Bezug haben. Und, äh, ich hab mir, ähm, so für zwischendurch so ein paar kleine, random, äh, Gaming-Fakten, äh, äh, witzige, kleine Anekdoten rausgesucht, die ich so zwischendurch immer mal wieder streuen würde, wie zum Beispiel den Fakt, dass Nintendo 1889 gegründet worden ist. Ja, du weißt, also, klar, du weißt mit was, aber ich, äh, weiß auch mit was. Wisst ihr mit was? Ja, die haben ja angefangen als, ähm, ganz normal als Kartenspiele-Firma, gell? Damals. Ich glaub, ja. Ich hab nicht recherchiert, mit was die angefangen haben. Ich hab nur recherchiert, also ich hab nur zufällig gesehen, dass die schon zu alt sind. Ja, ja, ich mein, die haben damals angefangen mit, mit Spielkarten, ja. Oder auch diesen, diesen, äh, bezaubernden Fakt, den, äh, der eigentlich offensichtlich ist, aber den Leute gerne aus den Augen verlieren, Pac-Man hat keine Augen. Ja, witzig, stimmt. Aber auf dem Cover hat er ja Augen, oder? Weiß ich nicht. Auf dem Spielcover. Müsst man mal wieder... Diese und mehrere, mehrere, äh, interessante, witzige Gaming-Fakten werden euch im Laufe der Folge, ähm... Um die Ohren fliegen. Ja, und hinter, ja, und hinter irgendwelchen Ecken auf euch lauern und euch dann zu Boden schlagen. Nun aber wollen wir direkt ins E3-Thema starten. Yes. Äh, beziehungsweise das E3, die, oder die E3 war ja dieses Jahr so ein bisschen der, der, also Teil von, von diesem Summer Games Fest. Und dieses Summer Games Fest, ähm, geht vom, ähm, oder ging, beziehungsweise, ja doch, ging ist ja dann, wenn ihr es hört, Vergangenheit, vom 10. Juni bis zum 22. Juli? Juli? Achso, ja, nee, dann läuft das ja noch. Ha, sowas. Das ist, also normalerweise waren früher irgendwie immer die ganzen Publisher auf der E3 und haben ihr Zeug vorgestellt und in den letzten Jahren hat sich das so eingeschlichen, dass irgendwie jeder sowas eigenes macht. EA hat eine eigene, die EA Play, ähm, hat, also, äh, eine eigene, äh, Präsentation, Online-Präsentation, äh, Ubisoft macht die ganze Zeit irgendwelche komischen Ubi-Forward-Präsentationen, Nintendo macht die ganze Zeit ihre, äh, Directs. Sony macht immer irgendwelche komischen, äh, ähm, eigenen, äh, State-of-Play, äh, äh, Ankündigungs-Präsentationen. Also, irgendwie hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen verlaufen und ist alles gar nicht mehr so unter einem Dach, was ich mega schade finde. Ähm, hast du denn die E3 dieses Jahr irgendwie verfolgt? Äh, eigentlich gar nicht, weil ich hatte, ich war halt am Arbeiten und während die ganzen Präsentationen liefen, war ich entweder in der Nachtschicht, äh, oder, äh, hab tagsüber halt gepennt, damit ich halt nachts wieder Nachtschicht machen konnte. Also, von dem her war das, äh, nicht, aber ich hab mir im Nachhinein die, äh, die Special-Folge von, äh, Game 2 angeschaut zur E3 passend, wo sie ein bisschen, äh, drüber erzählt haben, bla, welche Spiele und so. Ich hab, ähm, ich, ich guck die, ich guck die E3 jedes Jahr mit Gronkh und Funk Royale, weil die treffen sich dann immer zum E3 zusammen gucken und restreamen die ganzen Präsentationen immer. Und ich hab mir das dann dieses Jahr auch angeguckt, ähm, ich war auch bei einigen Präsentationen irgendwie noch beim Arbeiten und so, aber ich hab schon geguckt, so viel wie möglich mitzunehmen. Ähm, das war ja dann irgendwie fünf, fünf oder sechs Tage am Stück, haben die ja jeden Tag von 17 Uhr bis nachts um irgendwann gestreamt. Das, das war eine sehr intensive Woche und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich hatte ganz generell das Gefühl, dass die E3 dieses Jahr eher enttäuscht hat. Beziehungsweise, ähm, ich hab viel neues Material zu Spielen gesehen, auf die ich mich schon gefreut hab, aber die schon angekündigt waren. Also es war jetzt nicht, nicht wirklich ein Game dabei, das neu angekündigt wurde, das mich voll umgehauen hat. Und klar gab's da dann sowas wie Elden Ring, aber das war ja auch schon bekannt. Ja. Oder, ähm, was weiß ich, ähm, was, was, was war denn noch? Keine Ahnung, großer Titel für mich zum Beispiel ist Far Cry 6, aber das war ja auch schon bekannt, so. Also ich hab das Gefühl, dass dieses Jahr, zumindest für meinen Spielegeschmack, mag sein, ich hab jetzt irgendwas ganz krasses gesehen, was weiß ich, Battlefield oder so, gab's da irgendwas Neues? Ich weiß nicht, äh, ich hab die Microsoft-Präsentation leider. Ja, schon, aber das, das Battlefield, das war ja auch schon vor der E3 bekannt, so, dass da Neues kommt und wie es heißt. So ein Trailer war draußen, ja. Ich hab das Gefühl, dass dieses Jahr keine Bombe geplatzt ist. Nee, und auch so, äh, nicht nur Software, also spielemäßig, sondern halt auch Hardware-mäßig kam jetzt auch gar nichts bei rum. Ja, nee, natürlich. Man hat ja gehofft, dass die Nintendo Switch Pro irgendwie mal, äh, angesprochen wird. So. Naja, gehofft, kann man nicht sagen. Man hat's eher befürchtet. Ja, und solche Sachen halt, aber, äh, Software wie Hardware-mäßig war, halt echt nicht viel los und von den Spielen auch, äh, viele Nachfolgetitel und halt wenig, äh, neues, frisches Material, wo es halt so noch nicht gab. Ich war bei Nintendo sehr enttäuscht, dass sie nichts Neues zu Pokémon gesagt haben, wobei da dann auch irgendwie in ein paar Wochen dann bestimmt wieder eine eigene Pokémon Direct kommt. Also, ich meine, das ist, das ist einfach nicht mehr so, dieses eine große Event, sondern jeder wurstelt so ein bisschen alleine. Das finde ich irgendwie schade. Ja. Ähm, ich würde ganz gern so ein bisschen auf meine E3-Highlights eingehen und dann, äh, gucken wir uns danach noch an, was du dir so zusammen genotiert hast. Genotiert ist auch ein super Wort. Notiert, ja. Niedergeschrieben. Niedergeschrieben. In Stein gemeißelt. Ja, so viel Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber, ja. Ähm, also ich fange einfach mal oben an. Ich habe mir hier eine schöne Liste zusammengeschrieben. Eins meiner Highlights, was auch schon ein bekanntes Game war, aber wo man dann ein bisschen neues Material gesehen hat, war auf jeden Fall Kena Bridge of Spirits. Das ist ein Action-Adventure und da geht es im Prinzip um die Geisterführerin Kena, die verstorbenen Seelen hilft, von der physischen in die Geisterwelt überzutreten. Das war, ähm, sehr, also das war, glaube ich, letztes Jahr schon angekündigt worden und sah sehr cool aus, ein bisschen so Open-World-mäßig, wobei ich noch nicht ganz einschätzen kann, ähm, ob das tatsächlich Open-World ist oder ob es einfach nur ein sehr großflächig-schlauchiges RPG ist. Ähm, also, wo Wege schon vorgegeben sind, aber mit halt ein bisschen mehr Erkundungsspielraum so. Ähm, aber das sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus und da ist Release am 24.08., also noch dieses Jahr, gar nicht so weit weg von hier, da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Hast du da was angeguckt? Äh, nee, überhaupt nicht, äh, hat mich jetzt auch nicht so gecatcht. Was mir witzigerweise dazu einfällt, da gibt's auf, äh, Audible, äh, ein neues Hörbuch, da geht's so um, so um die Thematik, dass es quasi Leute gibt, die, die Menschen, ähm, von der, ist quasi in der Zwischenwelt begleiten, zwischen, äh, Tod und quasi dann, äh, das, was halt danach kommt. Hab ich heute, wer hat das erzählt im Podcast? Hm, ich glaube, äh, bei Steven Götchen war es als Werbung mit drin, meine ich, ja. Ja, dann, äh, hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh, Sherlock Holmes Chapter One, das ist ein Action-Adventure, ähm, es ist Teil der Sherlock Holmes-Reihe von Frogwares, von der ich irgendwie, also die, die war mir nicht bekannt, ich dachte, okay, das ist halt ein neues, neues Sherlock-Holmes-Spiel, aber es ist irgendwie der neunte Teil oder so. Naja, da gibt's richtig viele, ja. Der jetzt aber irgendwie halt den Anfang der Geschichte erzählt, also es ist chronologisch dann Teil 1, aber, ja, keine Ahnung, und, und, ähm, ich hab, ich hab vorher ein bisschen rumgegoogelt, äh, diese, 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 die Handlungen, diesen, äh, Spielen von Frogwares sind zwar alle nachempfunden nach diesen, nach den Romanen von Arthur Conan Doyle, aber, aber es sind trotzdem eigene Geschichten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Romane in Spiele verwandelt wurden, so stand's zumindest auf Wikipedia, sondern dass es Origin-Geschichten sind. Hm. Ich hab zwei von den Spielen, hab ich gespielt, ich glaub, ich weiß nicht mehr, wie das eine heißt. Äh, das andere hieß, äh, Sherlock Holmes and the Devil's Daughter, meine ich. Und das war, äh, sehr cool. Also ein bisschen mit, äh, Detektivarbeit und ein bisschen Okkultismus war das, äh, ganz nett zum Zocken auch, also so, war nicht zu anstrengend. Und von der, von der Geschichte, von der Darstellung, vom Gameplay her war das, äh, eigentlich echt ein ganz solides Game. Mal gucken, was das, äh, neu dann so kann. Ja, es war mir, war mir halt irgendwie in der Präsentation aufgefallen, ich fand's irgendwie interessant und hab dann erst hinterher herausgefunden, dass es da irgendwie schon mehrere Teile gibt. Aber ist cool. Released es noch dieses Jahr? Wann genau, weiß man noch nicht. Und dann kommen wir schon zum nächsten Spiel. Das heißt, Martha is Dead. Das ist ein First-Person-Horror-Adventure. Und da geht's um, äh, ähm, die Zwillingsschwester der Protagonistin wird tot aufgefunden. und, äh, die muss dann eben mit diesem schweren Schlag umgehen und erkunden, wie es dazu kommen konnte. Das ist auch Released 2021 noch. Und ja, das ist einfach mal wieder ein schönes Horrorspiel. Ich steh ja total drauf, äh, Horrorspiele zu besitzen und sie dann nicht zu spielen. Wobei ich hab jetzt, äh, Resident Evil 8 hab ich jetzt durchgezogen. Hast du, äh, komplett gespielt? Ja. Sehr schön. Ja. Cool, cool. Dann hatte ich mir natürlich noch ausgesucht, Avatar, Frontiers of Pandora. Der war tatsächlich unerwartet für mich. Ich glaub, der war unerwartet für jeden. Kommt von Ubisoft und erzählt eben eine neue Geschichte im Avatar-Universum, wo ja dann nächstes noch irgendwie tausend Filme rauskommen sollen, die schon ewig auf sich warten lassen. Ähm, wird First-Person sein. Und, ähm, wie gesagt, erzählt eben eine neue Geschichte und kommt 2022, wenn alles stimmt, wie es soll. Da hab ich auf jeden Fall auch noch richtig Bock drauf. Ich hoffe, das wird gut gemacht. Ja, ich hab überlegt, ich seh da die Gefahr, ob ich's mir damit aufschreibe. Dass es gut werden könnte. Ja, weil ich wusste jetzt auch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. So. So an sich, die Welt ist ja eigentlich ganz cool und die, die blauen Leute da und ja, mal gucken, wenn's, wenn's dann mal wirklich, ähm, richtige Gameplay-Trailer gibt, dazu, sich das mal anzugucken. Ja. Ja. Dann als nächstes hab ich mir natürlich aufgeschrieben Far Cry 6. Ich hab's ja vorhin schon erwähnt. Ein Ego-Shooter-Action-Adventure. Ähm, und in Far Cry 6 geht's um die fiktive Insel Yara, die auf, äh, Kuba basiert. Und dort herrscht der Diktator Anton Castillo und der Protagonist, der unterstützt die Rebellen. Und, ähm, es ist halt dieses klassische Far Cry-Ding. Es gibt einen superkrassen Bösewicht, der dann von unten rauf bekämpft wird. Und, ähm, wer meinen YouTube-Kanal kennt, weiß ja, dass ich, äh, Far Cry 5 und Far Cry New Dawn schon Let's Played hab. Das sind tatsächlich mitunter die einzigen Ego-Shooter-Spiele, die ich gern spiele. Ich mag irgendwie sonst keine Ego-Shooter, aber, aber Far Cry hat mich irgendwie gecatcht. Mhm. Ab dem vierten Teil. Den dritten Teil hab ich dann auch noch irgendwann nachgeholt, aber ich bin eingestiegen, bin ich beim vierten Teil. Und ich fand's irgendwie nice. Ich glaub, der erste Teil, wo ich damals gespielt hab, war Far Cry 3. Das war ein sehr, sehr nice Spiel. Dann hab ich den Einser irgendwann mal nachgeholt, den Zweier. Den hab ich immer, man wird so halb gespielt, weil, ja, das Gameplay halt auch nicht so nice ist. Welt und so, alles ganz cool, aber, ja, weiß auch nicht. Und dann, klar, den vierten Teil, der war sehr cool, der fünfte war mega nice. Und das New Dawn, ja doch, New Dawn heißt's, glaub, gell. Und dann gab's noch dieses Far Cry Primal. Das hatte ich auch mal ausprobiert und fand's eigentlich gar nicht so kacke. Ja, das war auch cool. Aber ich hab's einfach irgendwann aufgehört, weiterzuspielen und ich weiß nicht, wieso. Eigentlich müsste ich das mal fertig machen. Ja, das war auch echt mal ein cooles Konzept. Ja, das hab ich noch gespielt. New Dawn hab ich noch gar nicht angefasst. Release ist am 7.10. Also auch noch dieses Jahr und das hab ich mir tatsächlich schon vorbestellt. Genau. Dann hab ich mir noch aufgeschrieben, was auch schon ein bekanntes Game war, das heißt 12 Minutes. Das ist ein Top-Down-Adventure, also so ein Spiel, wo man die Welt von oben sieht. Und im Prinzip geht's um den Protagonist, der ein Ehemann ist und dieser durchlebt immer wieder dieselben 12 Minuten, in denen seine schwangere Frau von einem Polizisten umgebracht wird. Und er, immer wenn die Frau umgebracht wird, erwacht man wieder von vorne und erlebt diese 12 Minuten wieder und muss dann irgendwie, also der Mann erinnert sich dann an die letzten Male und man muss irgendwie schaffen, diesen Loop zu durchbrechen und zu verhindern, dass die Frau umgebracht wird. Und das war damals beim Reveal schon ziemlich spannend und da gab's jetzt noch mal ein bisschen neues Material dazu. Da ist auch noch dieses Jahr irgendwann Release, aber ein genaues Datum gibt's noch nicht. Aber das sah sehr, sehr, sehr interessant aus. Und dann kommen wir zu meinem letzten Highlight, mein Top-Highlight ist, obwohl's auch schon wieder ein bekanntes Spiel war, was schon angekündigt war, aber ich freu mich unglaublich hart auf Life is Strange True Colors. Ein Action-Adventure aus dem Hause, ich glaub, wer hat's diesmal, es war nicht Dontnod, und wer hat's programmiert, ich weiß es grad nicht, Moment, ich muss es googeln. Jedenfalls ist es eben eine Fortsetzung der Life is Strange-Reihe und in dem Spiel geht's um die junge Protagonistin Alex, die die Fähigkeit hat, Emotionen von Menschen zu sehen und zu manipulieren. Und, ja, sie trifft sich nach Jahren wieder mit ihrem Bruder, der dann verunglückt und sie muss dann irgendwie die Umstände des Todes klären, weil da irgendwie was Größeres dahinter steckt. Kommt am 10.9.2021 raus, ich freu mich hart, 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 ich hab's auch schon vorbestellt, und programmiert wurde es von Deck9 Games, die auch schon Life is Strange 2 gemacht haben, so war's nämlich. Das waren im Prinzip meine Highlights von der diesjährigen Messe, von denen halt viele schon bekannt waren. Ich hab noch ein paar, wie soll ich sagen, Honorable Mentions, die ich ganz cool finde, wo ich jetzt aber nicht unbedingt drüber reden muss, beziehungsweise nicht drüber ins Detail gehen muss. Es gab noch A Black Tale Requiem, also der Fortsetzung von A Black Tale Innocence, was ein mega-nices Spiel war, das ja irgendwie im Mittelalter, zur Zeit der Pest und so spielt und so, das war super cool. Dann ein Titel, der auf jeden Fall riesengroß wird, ist Elden Ring. Ob ich mir den geben werde, weiß ich noch nicht, aber so Fantasy-Zeug interessiert mich ja eigentlich. Dann gab's noch den dritten Teil von der Dark Pictures Anthology, das heißt House of Ashes. Da gab's, der erste Teil war, der erste Teil war dieses Man of Medan und der zweite Teil war, ich hab's vergessen. Genau so hieß er. Das war, ja genau, so hieß der. Das war so eine Anthology von so kleinen Horrorgames. Das könnte ganz cool werden. Und ein Titel, der mich auch sehr überrascht hat, Age of Empires 4. Ja, stimmt, das haben sie auch angekündigt. Ja, das ist ganz cool. Das hab ich auch immer ganz, ganz, ganz gespielt eigentlich. Das war so insgesamt meine Highlights der E3. Natürlich waren noch viele, viele, viele andere große Spiele dabei, wie gerade Battlefield und so Zeug. Aber, wie gesagt, das war eben mein persönliches Ding. Ich kann halt mit Shootern sonst eigentlich nicht viel anfangen, deswegen bin ich da. Und ich bin auch zum Beispiel bei so Echtzeitstrategiespiele oder irgendwie JRPGs oder so. Da steige ich halt überall immer komplett aus. Also ich hab da wirklich sehr, sehr nach meinem eigenen Geschmack selektiert. Deswegen verzeiht, wenn da jetzt nicht jedes große AAA-Game mit dabei war. Ja. Hat sich denn da jetzt in meiner Liste bei dir irgendwas gedeckt? Im Prinzip nur Elden Ring, weil ich finde, es sieht einfach megamäßig geil aus. Mal gucken, ob ich es mir dann hole, wenn es dann mal draußen ist. Ob es auch wieder so knackig schwer wird wie die Dark Souls Spiele. Das ist auch von From Software, soweit ich weiß. Und es sieht einfach megamäßig geil aus. Richtig schön düster und ja. Ja, ist From Software. Ja. Und das Witzige ist ja, dass bei Elden Ring oder halt am Script oder halt an der Handlung von Elden Ring hat ja George R.R. Martin mitgeschrieben. Ah, ja, stimmt. Ja. Ah, und der Publisher ist Bandai Namco. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, bei Dark Souls auch schon, meine ich. Alle. Jo. Also, ja, du hast ja Demon's Souls daheimflacken, also, könntest du da mal reinzocken. Und dir so ein kleines Vorgefühl geben. Genau, dann Forza Horizon 5 kommt raus. Sehr, sehr geil. Für Playstation-Leute, äh, für Xbox-Leute, meine ich. Ja, aber Forza Horizon hat's immer geschafft, so den, den, den Spagat einfach gut zu machen zwischen Arcade-Racer und Renn-Simulationen, weil du kannst einfach mega, also alles einstellen, verändern am Auto, die Autos an sich sind sehr geil, die Landschaften sind geil, du hast, äh, Wetterwechsel, bla. War nicht Forza Horizon 4, wenn ich's noch richtig weiß, ähm, hatte das nicht so eine übergrass detaillierte Map von den USA? War das das? Ich glaub, ich hab mitbekommen während der Präsentation, dass Forza Horizon 5, äh, in Mexiko angesiedelt ist. Ja, genau. Auf Forza Horizon 4, wo waren das? Äh, Forza Horizon 4 war, glaub ich, in Australien, soweit ich weiß. Nein, das hab ich auf jeden Fall sehr, sehr intensiv gezockt und, äh, äh, Forza macht einfach mega viel Spaß und da freu ich mich echt auf den, äh, fünften Teil, äh, dann mal wieder ein bisschen durch die Gegend zu ballern. Ähm, dann hab ich noch auf der Liste Starker 2. Das ist auch, äh, ein Ego-Shooter, spielt in Chernobyl, so etliche Jahre nach der, nach der Kernschmalze. Ohne, ganz klassisch, so, gibt ja auch Stalker, glaub, zwei Teile davor, mein ich. Also, ein Hauptteil und ein so Nebenteil noch und die halt so montierte Viecher halt niederknüppeln, so, und das, glaub, so der große, im Großen und Ganzen, das, was das Spiel ausmacht. Dann, äh, freu ich mich voll auf das, äh, Diablo 2-Remake, ähm, das ich dann wahrscheinlich wieder mit meiner Frau, äh, schön zocken kann, so im Dungeon Crawl-mässig, ich richtig Bock drauf. Du musst ganz kurz, ganz kurz einhaken, ich glaub, dass, das Spiel mit der großen USA-Map war The Crew 2, war, glaub, nicht Full Sailor Horizon. Ja, The Crew, da, könnt man auch, glaub, mit dem Boot fahren und mit dem Flugzeug fliegen und so. Um das, um das ganz kurz richtig zu stellen. Und, äh, dann hab ich noch, äh, Breath of the Wild 2, also das, der, der neue Zelda-Teil, weil der, der, also der erste Breath of the Wild war ja ein so geiles Zelda-Spiel, ohne Scheiß, äh, von dem Trailer, einfach, von dem Trailer war ich positiv überrascht, einfach nur geil. Aber für ein Highlight hat's nicht gereicht. Ja, so viele Highlights waren's halt auch nicht, also es waren halt auch die Spiele, wo ich mir rausgesucht hab, waren, glaub, alle schon bekannt, auch. Beziehungsweise bei, bei Breath of the Wild wusste man, dass es kommt, aber man hat ja noch nichts dazu gesehen, also das war das erste Bildmaterial dazu. Ja, aber allgemein hat mich jetzt die E3 auch nicht so weggeblasen, wie jetzt, äh, die Jahre zuvor auch schon mal oder die, oder die Games kommen, da kommt ja auch manchmal noch, äh, neues Zeug zu Vorschein. Ja gut, ab und an. Die steht natürlich noch an. Gut. Ich hoffe, dass da noch mal irgendwas kommt, was uns vom Hocker haut. Aber ansonsten, äh, soll's das für mir gewesen sein. Ich hoffe halt so sehr auf, auf neue News zu Hogwarts Legacy. Oh ja, das ist, das ist, das ist zum Beispiel so ein Spiel, das wünsche ich mir schon ewig so, so ein, ein Rollenspiel im Harry Potter Universum. Einfach nur, verloren weiß. Und zwar ein gutes Rollenspiel im Harry Potter Universum. Ja, tatsächlich. Ich würde mal noch mal so einen ganz kleinen Random Fakt mit dazwischen werfen, ähm, die heute, wie mir aufgefallen ist, alle sehr Nintendo-lastig sind. Äh, im Arcade-Spiel Donkey Kong hat der inzwischen für Nintendo ikonische Super Mario seinen ersten Auftritt, wie alle wissen. Ähm, das Spiel sollte aber ursprünglich gar nicht von Mario handeln, sondern von Popeye. Ihr kennt ihn noch, der Spinat frisst, ja. Ähm, also Mario war ursprünglich als Popeye gedacht, äh, Pauline, die Prinzessin im Spiel war Olivia und Donkey Kong hätte der Böse wie Bluthohr sein sollen. Ja, gut, Leute, dann. Allerdings hat Nintendo die Lizenz, äh, an, an Popeye an dem Spiel verloren, wollte das Projekt aber nicht aufgeben und deswegen haben sie einfach die Charaktere durch ihre eigenen ersetzt. Und so, äh, wurde Mario geboren. Ja, cool. Wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Schön, schön. Schöner Effekt. So. Fump. Okay, dann haben wir jetzt dieses E3-Thema eigentlich relativ schnell durchgefrühstückt. Ich bin ganz begeistert. Leute, ähm, wenn ihr dann, äh, Gaming-mäßig total dabei seid, also, beziehungsweise, ich spreche jetzt die Leute an, die innerhalb von den ersten fünf Minuten nicht direkt weggeschaltet haben, sondern die jetzt beim Gaming-Thema noch da sind. Ähm, was hat euch denn, habt ihr die E3 verfolgt, was hat euch interessiert, was, ähm, was wünscht ihr euch, ähm, von zukünftigen Präsentationen, was wünscht ihr euch noch von der Gamescom, fehlt euch noch irgendwas, lasst uns das alles gerne wissen, egal auf welchem, auf welchem Wege, äh, schreibt uns eine DM oder kommentiert irgendwo, ähm, dann kommen wir da gerne ins Gespräch. Jo. Also, ich glaube, äh, unsere Community ist schon, äh, relativ Gaming-affin, würde ich jetzt mal behaupten. so, äh, zumindest, eine gute Handvoll, fällt mir jetzt gerade ein, wo Silber aktiv, äh, zockt, auch ein bisschen mehr in der Materie drin ist. Weil manche haben ja auch, eine Playsee daheim nur für FIFA, zum Beispiel, und, oder Fortnite. So, manche zocken ja gar nicht mehr als FIFA. Gibt's ja, solche Leute gibt's ja auch. Oder wo nur Need for Speed spielen. Naja. Naja. So, ich, äh, ich glaube, du hast, äh, äh, aus der Community Fragen mitgebracht, die ich noch nicht kenne. Dementsprechend bin ich gespannt, wie meine Antworten dazu jetzt gleich rausfallen werden. Ja. Was, äh, wer, wer, wo, wie, was ist denn hier am Start? Genau, ich habe eine kleine Umfrage gestartet, und, äh, uns haben dann drei Fragen ereilt. Ähm, die erste Frage wäre, äh, welche... Von wem ist die? Äh, von der lieben Cora. Äh, beziehungsweise auf, auf Instagram heißt sie Metalabstract Cora. Die, äh, Doro. Doro Cora. Äh, auf jeden Fall, ähm, eine aus der, äh, Siffler Community, aus der, genau, von den Siffler Ultras, äh, hat die Frage gestellt. Grüße gehen raus. Ganz liebe Grüße. Ähm, und zwar... Meinst du, meinst du, der Siffi ist eigentlich schon mittlerweile an der aktuellen Folge angekommen? Hm. Das sehen wir, dann werden noch die Frage, Siffi, äh, schreib mir mal, wenn du das jetzt hörst. Einfach. Das ist jetzt am halben Jahr so, öh. Schauen wir mal, ob er es, äh, ob er es bis dahin überhaupt, schafft, ähm, genau. Okay, okay. Äh, trotzdem ganz viele Grüße auch an dich, Siffi. Ähm, und die, äh, die liebe Doro hat, äh, äh, welche Resident Evil Teile wieder schon alle durchgenommen haben. Oh, gute Frage. Willst du zuerst? Ja, kann ich gar nicht anfangen. Ich hab, ich mein, ich hab von dem, von dem, äh, Teil 1 gab es ja ein Remake, das hab ich mir angespielt, ähm, dann hab ich den Vierer gezockt, und also so zwei, drei, also ich hab erst angefangen, auf den neueren Konsolen auch zu spielen, deswegen auch das Remake, ähm, auf PS1 hab ich gar nichts gespielt, also 1, 2 und 3 ging komplett an mir vorbei, äh, dann halt auf der PS2 dann, äh, das Resi 4, hab ich, äh, sogar die Limited, äh, die Steelbox im, im Regal stillen davon, äh, sehr geil, ähm, dann Resi 5 hab ich teilweise gespielt, äh, das fand ich nicht so ganz geil, irgendwie, ähm, schade eigentlich, da war auch wieder das Problem mit dem Laufen und Schießen, da konnten wir auch nicht Laufen und Schießen, was, äh, richtig beschadig, mal ohne, in Resident Evil 6 hab ich mal auch reingespielt, fand's dann aber nicht so prickelnd, äh, ich glaub Resident Evil Outbreak hab ich noch, daheim für die PS2, da hab ich mal reingezockt, wir haben so viele, viele Ableger, äh, Resi, und, äh, Teil 7 hab ich da noch gespielt, sehr, sehr gerne und aktiv, und das, äh, äh, ist bis jetzt auch mein, mein Lieblingsresi, tatsächlich, ich mein, das, das 4er hat, äh, ne, ne, ganz, sehr geile Atmosphäre, wenn man da jetzt noch wirklich laufen könnt und schießen, dann wär das wahrscheinlich mein, mein, äh, Platz 1, einfach von der Atmosphäre her und von der Story, ist das, äh, sehr geil, aber das Resi 7, das hat nochmal ganz anders gekickt, vielleicht langsam auch in der Grafik, an der Spielmechanik und, ähm, allem drum und dran, aber das, das 7-Detail war richtig, richtig nice. Okay, ähm, Resident Evil hast du mir dann doch einiges voraus, weil ich hab ja schon in mehreren, mehreren, äh, Folgen erzählt, dass ich eine generelle Abneigung zu allem hab, was das Thema Zombies betrifft, weil ich Zombies einfach nur unfassbar langweilig find, ähm, dennoch hab ich einige, einige Resident Evil-Teile gespielt, ähm, den ersten, also ich hab, ich hab einige Spiele bei Kumpels gesehen, aber nie mitgespielt und den ersten, die, den ich dann tatsächlich selber gespielt hab, war Resident Evil 4, auf der Wii damals, ähm, mein Kumpel hatte das und ich fand das ganz geil und dann hab ich's mir irgendwann selber geholt und, ähm, hab das sehr exzessiv gespielt, also auch mit mehreren Durchläufen und dann diese ganzen komischen Sonderwaffen freischalten und die Outfits und bla, ähm, ich glaub ich, also, äh, Resident Evil 4 ist auch unter den Spielen, die ich am öftesten durchgespielt habe, schon sehr weit vorne, ähm, den fand ich aber immer toll, eigentlich, dann hab ich 5 und 6 übersprungen, weil ein Freund von mir, dem ich, äh, da sehr vertraut hab, gesagt hab, die sind kacke, und dann kam, ähm, also ich, gefühlt war ja dann irgendwie nach 6 ewig Pause und als dann 7 angekündigt wurde, beziehungsweise als das rauskam, ähm, hab ich mir da das Let's Play bei Gronkh angeguckt und hab's mir dann auch irgendwann selber geholt und wollte spielen, aber ich war zu krasser Schisser, um's mir so zu geben und ich hab nach dem, nach dem Kampf gegen den Vater in der Garage aufgehört. Ja, also Teil 7, das, das treibt einem schon, äh, die Angst durch die Knochen, also, da hab ich schon an der einen oder anderen Stelle, hab ich schon, äh, kurz auf Pause gedrückt oder mal durchgeschnauft und dann halt weiter, also das ist schon, schon, äh, sehr deftig. Ja, und, ähm, dann hab ich noch, hab ich das vor 7 oder nach 7, ich weiß gar nicht mehr, ich hab den, das Remake vom zweiten Teil dann gespielt, mit Leon und dieser Polizeistation, ähm, das fand ich dann ganz geil und dann hab ich jetzt eben vor kurzem Resident Evil 8, äh, mir geholt und tatsächlich dann auch relativ zügig durchgespielt. Schön, auf was, äh, auf PC wahrscheinlich, oder? Ja, auf dem PC, ja. Das, das war's dann aber bei mir auch schon, also, das waren dann insgesamt vier Teile. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich mal irgendwie ein, ein Spin-Off oder irgendwie, kann es sein, dass es irgendwie hieß, Resident Evil Revelations oder so, als ich meine, ich hab mal irgendeinen Teil auf dem 3DS gespielt. Ah, okay, kann sein, weil, wie gesagt, du rechst jetzt so viel Ableger, ich meine, äh, vielleicht wechsle ich auch irgendwas. Hat ein Silent Hill nicht mal so? Revelations? Oder hieß, hieß der Film so? Von, von Silent Hill gab's einen Teil auf der Wii, der hieß Shattered Memories. Ja, der war ganz crazy. Den hat, den hat damals, ich glaub, ähm, ich glaub, Cold Mirror hat den im Gamecheck vorgestellt. Mhm. Und daraufhin hab ich mir den geholt. Ah ja, hast du den auch gespielt? Ja, 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 aber das ist so lange her, ich hab keine Ahnung mehr. Ja, der ist schon, fand ich, glaub, auch nicht so geil. Äh, was, mir fällt das auch der Name von dem, von dem Silent Hill Teil nicht mehr ein, das war der einzige, wo ich wirklich aktiv, äh, durchgezockt hab, weil der, ja, ist ja natürlich schon auch immer, also die haben keine Jumps, nicht den typischen Jumpscare Horror, sondern halt der Horror, der dir ständig Angst bereitet, also, da ist halt ständig Angst beim Zocken und das, so soll's doch eigentlich auch sein. Und ja, vielleicht fällt's mir noch ein, aber ich glaub eher nicht. Genau, das wär die, äh, Frage von der Doro gewesen. Nice. Die zwei, jetzt werf ich doch direkt, direkt nochmal so ein Gamefakt ein. Tu dies. Der, der sich aber auch nochmal um, Mario-Handel dreht, denn, äh, ursprünglich sollte Mario Mr. Video heißen. Das ist auch, äh, hinlänglich bekannt, ja. Und anschließend hat man den Namen zu Jumpman umgeändert. Also in Donkey Kong hieß die Figur noch Jumpman und nicht Mario. Ähm, und die Eigentümer, also die, die Nintendo-Leute haben sich dann, ähm, die haben sich entschieden, den Charakter nach dem Vermieter ihres Gebäudes in Amerika zu benennen. Der hieß nämlich Mario Segale. Äh, und der Grund dafür war, dass, bevor Donkey Kong rauskam, konnte Nintendo in Amerika noch nicht so Fuß fassen und hatten da noch nicht so, noch nicht so, äh, Geld am, am Start so. Und, ähm, deswegen kamen sie dann in ihrem Bürogebäude in, in, in Amerika, äh, mit der Miete in Zahlungsverzug. Und, und der, der Vermieter, dieser, der, der, dieser Mario Segale, der hat dann irgendwann hier, äh, ist irgendwann nach, nach Japan geflogen und hat zu denen gesagt, hey, Jungs, ähm, ich, ich will Kohle sehen, so. Und, ähm, dann gab es ein Wortgefecht und dann hat er sich, hat er sich überzeugen lassen, dass sie, ähm, dass sie die Miete dann schon, dass er die schon bald bekommt und dass es es noch ein bisschen, in denen noch ein bisschen Zeit gibt. Und, und aus Dankbarkeit, äh, für, für diese Nachsicht haben sie die Videospielfigur nach ihm benannt und, äh, jetzt heißt er halt Mario. Ja. Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall, ja. Er hat, er hat es Nintendo dann doch noch ermöglicht, ähm, Fuß zu fassen und da kam dann dann eben Donkey Kong raus und das war ja dann, dann Nintendos Durchbruch im Gaming-Sektor. Hm. Das ist, äh, ja. Ich, ich glaube auch, äh, ich glaube neben Pikachu ist, glaube ich, Mario so das, die bekannteste Figur aus, aus dem Videospielbereich, oder? Ja, auf jeden Fall eine der bekanntesten. Und, und, also Ding, das ist ja auch das Witzige, ähm, Pokémon, also, ähm, läuft ja zwar auf den, auf den Nintendo-System, aber ist ja von, von Game Freak entwickelt, äh, im Auftrag der Pokémon Company. Pokémon ist das lukrativste Franchise der Welt. hat so kein anderes Franchise, egal ob Film, Serie, Musik, Videospiele, egal, also es gibt kein Franchise auf der Welt, das im Jahr mehr Geld verdient als Pokémon. Okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte es eher mit so Star Wars oder so gerechnet. gerechnet. Ja, tatsächlich würde man, würde man auch eher dran denken, irgendwie, aber, aber es ist, es ist tatsächlich Pokémon. Ja, klar, Spiele, Filme, Serie, Merch. Also, alle Angaben ohne Gewehr, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war eine Zeit lang auf jeden Fall so. Ja, kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil die haben echt eine, eine hohe Bandbreite an Anzeug, was die rausblasen. Ich fact-checke das mal nebenher. Jo. Ja, also, gerade Pokémon, also, nachdem ist ganz, ganz arg viel Merchandise und die Pokémon-Karten natürlich, die wirft natürlich mega viel Geld ab. Also, was haben wir jetzt hier? Die erfolgreichsten Franchises der Welt. Was ist das erfolgreichste Franchise des Planeten? Was würdet ihr schätzen? Star Wars oder vielleicht Mickey Mouse oder Marvel? Nein, es ist Pokémon. Also, immer noch. Okay. Seit 1996 haben die Taschenmonster rund 95 Milliarden Dollar eingenommen. Alter. Der mit Abstand größte Teil fällt hier auf Merchandise. 64 Milliarden Dollar weltweit für Stofftiere, Figuren, Bettwäsche und was es nicht sonst alles an Merch gibt. die Videospiele haben es nur auf 20 Milliarden geschafft. Ja, nur? Okay, okay, krass. Was schätzt du, was ist auf Platz 2? Ja, wie sage ich, Star Wars? Es ist Hello Kitty. Ach, du Scheiß. 86 Milliarden. Ach, du Kacke. Platz 3? Ich sage einfach nochmal Star Wars, es stimmt nicht, aber ich sage einfach Star Wars. Es stimmt nicht, es ist Winnie the Pooh. What? Ja, 76 Milliarden Dollar und auf Platz 4 findet sich dann endlich mein Star Wars. Yay. Oder? Mickey Mouse und seine Freunde haben die Offensive. Disney. Nee, ich glaube, es ist Disney oder halt Mickey Mouse in dem Fall. Okay. Ja, weil Winnie Pooh auch Disney. Auf Platz 4 findet sich dann endlich eine Maus, die viele von euch ganz oben auf der Rechnung gesehen haben. Mickey Mouse und seine Freunde haben seit 1928 74 Milliarden Dollar eingespielt. Bei der Offensive, die Disney derzeit auf allen Fronten fährt, es wollen nur eine Frage, bis Winnie the Pooh von seinen Honig abseits des Podiums schlabbern muss. Auf Platz 5 hockt ebenfalls sein eigentlicher Mitfavorit Star Wars hat mit rund 70 Millionen Dollar den meisten Erfolg unter allen Franchises. die sich nicht explizit an Kinder richten. Doch auch hier in Deutschland da ist mehr als die Hälfte aller Einnahmen aus. 70 Milliarden meinst du wahrscheinlich. Oder Millionen. Milliarden. Marvel Cinematic Universe steht auf Platz 10 und Harry Potter direkt dahinter. Batman Platz 14 Dragon Ball und Barbie rangeln auf den Plätzen 16 und 17 Der Herr der Ringe auf 24. Witziger Artikel Von wann ist der? 2011 Das wäre jetzt halt echt witzig. Ich kann es nicht rausfinden. Es wird hinterher nichts angegeben. Ja, wir deklarieren es jetzt einfach mal als aktuell. Ja. Aber wenn ich denke, ich habe von Micky habe ich hier haben wir zweimal Bettwäsche. Der Artikel ist vom 18. Mai 2020. Also doch relativ aktuell. Ja, doch schon. Okay. Ja, Pokemon habe ich, was habe ich glaube, wir haben einen Pikachu als Plischfigur und ein paar Karten die Spiele halt. Ansonsten spielen wir uns nicht auch viel mit Pokemon. eigentlich, ne. Pokemon Go. Ja, da war es nicht so gut. Okay, weiter mit Text. Den kannst du auch rausschneiden einfach. Nein, wir schneiden nicht. Okay. Alles Unangenehme bleibt drin. Okay. Nächste Late-Night-Frage. Ja, genau. Und die nächste Frage kam vom lieben Sushi, meinem alten Bassist von Pinifurin. und zwar der hat gefragt Skyrim mit oder ohne Mods. Ich weiß nicht, ob das den Leuten gefällt, was ich jetzt zu sagen habe. Ja, ich weiß, Kevin, halt die Fresse. Also, ich habe Skyrim schon gespielt, allerdings nicht sehr lange, weil keine Ahnung, es hat mich nicht gecatcht. Also, vom Grundding her fand ich es mega interessant, aber ich hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr weiterzuspielen. Aber generell, um die Frage zu beantworten, auf jeden Fall mit Mods. Alles macht mit Mods einfach tausendmal mehr Spaß. Ich habe lang drüber rum überlegt, was ich jetzt antworte, weil Skyrim ja, so super geiles Spiel. Ich habe es gern gespielt ohne Mods, weil man dann einfach das klare Spiel halt hat, wie es sein sollte. und mit Mods, die es ja Gott sei Dank jetzt auch für Playstation und Xbox auch gibt, wo man dann installieren kann auf der Konsole. Ja, mit Mods hat es schon auch Spaß gemacht und dann konnten wir halt mal ein bisschen Blödsinn machen, aber ich bin da ganz klassisch und sage Skyrim am liebsten, so wie es von den Entwicklern gedacht ist, ohne Mods. einfach pur in einer Reinheit einfach Ich weiß nicht, also ich meine, gerade wenn es jetzt um so zum Beispiel so Graphic Expansions gibt und so oder einfach irgendwelche Quality of Life Changes, dass du halt keine Ahnung, irgendwas, was umständlich viele Klicks benötigt, halt ein bisschen schneller geregelt kriegst, so unterstützende Sachen finde ich immer immer nice, aber ja, es war schon cool mit Mods zu spielen, so zum Beispiel bei Skyrim gibt es so eine Mod für einen Raum, da kannst du dich dann rein teleportieren und dann kannst du halt Sachen an- und ausschalten und dann kannst du zum Beispiel einstellen, dass du jede Figur in Skyrim quasi umlegen kannst und irgendwann kannst du also du kannst tatsächlich mit der Mod halt jede Figur in Skyrim halt umbringen und das kannst du dann halt bis zum Jahr 3800 Figuren oder so und gerade Ja, aber killst du dir da nicht mal eventuell erst den Story-Progress? Ja, ist ja egal, also du kannst es auf jeden Fall machen also der Sinn von Mods ist ja halt das Spielerlebnis ja noch um ein vielfaches zu erweitern und da habe ich auch die gab es ja auch Story-Mods so wo du dann ganz neue Quest-Reihen machen kannst ich war zwar alles auf Englisch aber ist egal so viel sowas kann ich dann schon aber mit Mods schon sehr 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 geil aber ich habe Skyrim doch am liebsten so wie es ist einfach so wie es auf der Disc drauf gebrannt ist einfach pur komm mit mir ins Abend ich bin gespannt ob mich die Elder Scrolls 6 was ja vielleicht irgendwann in den nächsten 10 Jahren möglicherweise erscheinen könnte ob mich das ob mich das dann abholen wird vielleicht ne das da bin ich auch mal gespannt ich würde mich gerne drauf einlassen zum Beispiel ich habe ich habe probiert Oblivion zu spielen da war ich dann irgendwann raus ich habe probiert Morrowind zu spielen da war ich irgendwann raus ich habe auch Elder Scrolls Online mal anprobiert da war ich auch dann da war ich ein bisschen länger dran aber da war ich dann auch irgendwann einfach raus so aber Skyrim hat mich seit jeher egal mit welchem Charakter auf welcher Plattform hat mich das immer bei Stange gehalten und hat mir immer sehr viel Spaß gemacht Fun Fact zu Skyrim übrigens ich habe ich habe so eine Umhängetasche eine braune in die die ich meistens mit zur Nachbereitschaft nehmen wo ich dann immer meinen Zerg reinpacke und die habe ich mir im Mediamarkt gekauft weil die ja jetzt seit neuestem auch auf diesen Zug aufgesprungen sind mindestens ein Regal mit so kleinen Merchartikeln zu haben und ich habe die von weitem gesehen und dachte so ey geil das ist ja eine Tasche mit der Herr der Ringe Mittelerde Map vorne drauf dann habe ich die gekauft und dann war es die Skyrim Map und ich habe es zu Hause erst bemerkt was halt was halt für mich als großen Herr der Ringe Fan halt schon echt peinlich ist muss ich jetzt schon einfach mal zugeben tja Kevin da hast du dir wohl ins eigene Fleisch geschnitten die Tasche erfüllt ihren Soll das ist okay was ich an Skyrim auch noch geil finde das ist auf Deutsch hier auf Englisch einfach so geil weil die Namen und alles die klingen auf Deutsch auch gut so Skyrim heißt Himmelsrand auf Deutsch und so und ich habe die Map ja hier über meinem Bildschirm hängen also Skyrim bin ich sehr sehr tief drin in der Materie und ja Skyrim war schon das Game wo dieses Meme herkommt mit dem Arrow in die Niege ja unter anderem und das mit dem wenn der Bildschirm schwarz wird und dann wachst du auf und dann hockst du auf den Wagen der gerade zum Hinrichtung fährt oder auch dieses Illusion 100 und so diese Stats immer ja genau das ist auch von Skyrim es kam Fun Fact Fun Fact nee Fact kein Fun 2011 kam es raus Rainer Fact genau also existiert tatsächlich erst wer ist Rainer Rainer Müll ähm sind Fun verloren das gibt es tatsächlich erst seit 10 Jahren das Spiel dann so es kam gerade da raus als ich mit der Ausbildung angefangen habe ja legendary edition inklusive Dawn Guard Half Fire und Dragon Ball ja die Porsche auf jeden Fall die DLCs die sind auch sehr sehr nice dann wenn du kein Fakt hast würde ich direkt in die dritte Frage rein stoppen ich hätte schon noch einen ja dann hau raus äh es geht nochmal um Nintendo äh die Arbeit an der Playstation begann ursprünglich bei Nintendo äh und das also ähm Nintendo hat halt Sony engagiert äh damit Sony für den SNES also für den Super Nintendo Entertainment System ähm der damals den Codenamen Playstation hatte ähm also Nintendo wollte dass Sony für den SNES ein CD-Laufwerk entwickelt und Nintendo hat sich dann aber irgendwann für Philips äh entschieden und mit diesen Cartridges und so so und ähm hat den Auftrag dann an Philips weitergegeben und Sony hat das das Konzept dann einfach beibehalten und hat dann gesagt ja dann machen wir jetzt halt unsere eigene äh unsere eigene Konsole weil das Konzept für die CD das CD-Laufwerk haben wir jetzt ja schon ausgearbeitet so und ähm also wir haben eigentlich haben wir Nintendo die Playstation zu verdanken ja richtig ja und ähm kürzer ähm Dings von mir grad PS1 2 bei der 3 weiß ich schon gar nicht mehr also das Geräusch wenn die wenn die Playstation angeht so das das von der PS1 das ist einfach so pure auch so ich hab das auf der PS4 hab ich mir das auch als als Design und immer wenn die quasi angeht dann spielst du quasi den Sound ab und das ist äh einfach nur oh geil ich hab ich hab ich hab noch gar nicht geguckt was es für Designs auf der PS5 gibt muss ich mal noch machen und tun sie das mach ich morgen an meinem Urlaubstag yeah jetzt gern noch eine weitere Frage die eine gibt's glaube ich noch eine gibt's noch genau die dritte Frage kommt von der lieben Pat auch äh eine aus den Reihen der Syphil Ultras äh unsere Ultras Mutti wenn man so will die liebe Pat ähm die hat ganz random gefragt ähm ob es so Spiele wie Siedler und Anno noch gibt ob die noch populär sind aber oder ob man die noch zackt überhaupt äh Siedler weiß ich nicht äh Anno 1800 kam ja vor also ist glaube ich auch schon schon irgendwie ein Jahr alt oder so aber Anno 1800 ist ist glaube ich noch relativ aktiv so von von den Spielern ja und von Siedler kam dieses letztes Jahr äh Remake raus meine ich ähm so gerade vom ersten Teil glaub also die sind schon noch äh populär und aktiv und da kommen auch Teile regelmäßig raus es sind ja beides deutsche Spiele auch Anno und Siedler und äh kürzer Funfact zu Anno ähm die Zahl die also Anno hatte ja immer eine Zahl zum Beispiel Anno 1800 oder das übrigens äh im April 2019 rauskam aha okay äh die Zahl ergibt zusammen also zusammen addiert immer neun also da kommt egal welche Zahl oben steht da kommt immer neun raus als Zahl ja äh ist das legit echt immer ja doch immer also da achten die drauf das ist schlecht da kannst jedes Anno äh einfach wenn die wenn die Zahlen zusammenrechnen ist kommt immer die Zahl neun raus warum jetzt die die Zahl neun weiß ich auch nicht ich weiß nur dass es so ist auf jeden Fall ich glaube die Anno-Reihe ich glaube ein 1701 gibt es 1602 ja genau 1503 1701 gibt es genau 1404 2070 ja 2205 okay ja stimmt auch und 1800 ja witzig jo hab ich auch einen Effekt hier gedroppt ja mega aus die Schulterklopf äh genau äh ja ich finde ich hab immer gern äh Anno äh gut ganz früher halt gespielt äh war dann aber doch eher so der Fan von Age of Empires so ja auch eher weil weil sie hat das neue Anno gespielt und ich glaube das ist auch ganz cool aber ähm mich mich äh haben so so Aufbausimulationen immer nicht so erreicht ja auch nicht immer so ganz ja aber gibt's noch und werden glaube ich echt noch äh sehr gern gespielt liebe Pat ich kann auch mal kurz nach Siedler googeln das letzte Siedler äh es gab auf jeden Fall mal die Siedler online so jetzt pass mal auf die Siedler der letzte Teil ja und ne der letzte Teil war Siedler 7 wenn ich das hier richtig sehe ne kann nicht sein ne ich meine die haben den den ersten Teil äh geremaked oder sowas da da kam erst Anfang dieses irgendwann letztes Jahr kam da meine ich was am 21. August 2018 gab Ubisoft auf der Gamescom in Köln bekannt dass man an einem Reboot der von die Siedler arbeitet ja richtig genau und es kam auch raus meine ich im Juli 2020 wurde die Veröffentlichung erneut verschoben mhm außerdem es wurde eine eine Siedler History Collection angekündigt diese Collection sind alle bisher sieben erschienen Titel inklusive aller Erweiterung enthalten die älteren Teile werden an moderne Software Systeme angepasst für die Siedler wurde im August 2019 Veröffentlichung 2020 angegeben im Juli 2020 wurde die Veröffentlichung erneut verschoben okay also ob das schon da ist wissen wir nicht ich meine schon aber ähm äh kann auch sein ich erzähle scheiße genau genau nur mit Pistole ähm genau damit werden die äh Besucherfragen wollte ich gerade sagen Zuhörerfragen äh durch ja darauf doch direkt nochmal ein Fakt hier das ist witzigerweise ist das äh ich hab ich hab vor vielen 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 Jahren mit meinem Bruder schon mal ein Gaming Fakten Video aufgenommen und dieser Fakt war in diesem Video auch schon mit drin aber ich finde ihn so witzig dass er dass ich ihn nochmal mit reinnehmen musste also für alle die das Video nicht gesehen haben hier ein bisschen oder die es doch gesehen und vergessen haben ein bisschen die Auffrischung eures Gedächtnisses äh die CD des Spiels FIFA 21 war eine sogenannte Scratch and Sniff CD das bedeutet wenn man an der Oberfläche der CD kratzt dann riecht es nach Gras also Spiel Gras Wiesen Grasen Torf Fußballgras das andere Gras Fußballgras Hashtag Fußballgras ist der Hashtag für diese Woche Guter Hashtag Hashtag Fußballgras äh ich ich glaube man nennt es einfach nur Rasen oder Rasen Ja Fußballrasen halt einfach so so Rasen Spielfeld Grün Witzig also hier wörtlich im Text steht Torf eines Fußballspielfeldes Torf ja so steht es hier naja gut okay bei welchem FIFA war das äh ein FIFA 2001 2001 okay witzig witzig so wir hatten uns noch ein paar ein paar generell Themen oder Fragen für dieses für diese Gaming Folge überlegt beziehungsweise du hattest dir die überlegt und mir die einfach WhatsApp geschickt richtig ich habe ein paar Gedanken dazu gemacht ähm die erste Frage war was war dein erstes Spiel ever ja und da kann ich direkt mit einsteigen ich glaube also ich habe zwei Titel im Kopf von denen ich nicht mehr auseinanderhalten kann welcher zuerst da war vielleicht war es doch ungefähr dieselbe Zeit und zwar meine ich auf dem Gameboy ich habe ein Gameboy Pocket äh bekommen als Kind und ich meine das erste Spiel was ich auf dem gespielt habe war Super Mario Land 2 oder aber es war Krok auf der P1 auf der Playstation 1 ich kann aber nicht mehr sagen welches von den beiden zuerst da war aber äh die beiden sind mir eingefallen beim Thema erstes Spiel hattet ihr damals eine Playstation 1 daheim? mein Dad hat irgendwann eine Playstation 1 angeschleppt und wir hatten vier Spiele wir hatten irgendein Autorennenspiel dann hatten wir eben dieses nee ich war irgendwas irgendwas anderes irgendwas mit GT keine Ahnung Gran Turismo gibt es noch ja ähm dann auf jeden Fall hatten wir noch ähm Krok eben mhm dann hatten wir noch irgendein so ein so ein Theme Park Ding aber es war nicht Rollercoaster irgendwie also es war so ein so ein Bau deinen eigenen Themenpark Ding ja ja und dann hatten wir noch mal ein viertes Spiel was habe ich glaube ich was glaube ich wenn ich es noch recht weiß auch ein Autorennenspiel war und das Ding war aber wir hatten keine Memory Card blöd das heißt jedes Mal wenn wir halt Playstation gespielt haben haben wir von vorne angefangen ja gut aber das hatte ich als Kind ja eigentlich auch nicht wirklich gestört glaube ich wir haben es natürlich nie ja doch massiv hat mich das gestört aber wir haben halt nie eine gekauft und wir haben es natürlich auch nie geschafft das Ding in einem Rutsch durchzuspielen weil wir natürlich so lange nicht spielen durften mhm das war schon schon immer sehr belastend auch ja okay ja was war es bei dir? ähm ich habe ich habe lange überlegt und ähm pfff mir sind echt ein paar Sachen noch eingefallen weil ich habe selber leider keine PS1 besessen aber wir hatten früher das war noch also Ende der 90er so Anfang der 2000er äh hatten wir äh auf dem Dachboden halt unseren Computer stehen so äh mit Windows äh 890 drauf meine ich und äh mein erstes ich glaube selber äh aktiv gespielte Spiel war äh Hugo kennst du den noch Hugo? der Troll der Troll, ja wenn man das so das war auf jeden Fall auch ziemlich vorne dabei wenn man das als Spiel bezeichnen kann dann mussten wir ja bloß mit den Tasten nach links und rechts hier mit dem Vieh ja die komischen Minigames und äh das war glaube ich wirklich eins meiner ersten Spiele dann äh klar Morhun war dann auch so ein Ding wo dann äh aufkam vor allem dieser Morhun Jagd hatte immer so super witzige Catchphrases leck mich im Arsch der der hat dann immer gesagt Troll zu seinem Bedarf ist wenig und wer Troll ist ist ein König ja genau ey Kevin da bist du richtig richtig drin ähm ich meine ich ja solche Scheiße kann ich mir merken weißt du das geht wieder das ist ja so ein Hund wie ein Sieb ähm ich meine das war das das erste Hugo von PC was auch was rauskam habe ich glaube gezockt und dann auch irgendwann das Hugo Gold so das fand ich als Kind immer voll voll fasziniert ich hab so Bock das mir jetzt irgendwie zu besorgen und das irgendwie als 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 One-Shot-Video zu Let's Play äh machen wir das ähm aber ich Hugo XL Amazon Games äh ich auch oder war es Hugo XL ich weiß es nicht mehr irgendwie also ich hatte ja auf jeden Fall zwei zwei Hugo-Spiele gibt's auch ja gibt's auch und die waren damals auch halt echt sportbillig ich glaube so ein Spiel ein Zehner gekostet oder so oder 15 also die waren ja echt nicht teuer ähm das war so eins von meinen ersten Spielen ähm und äh bei Kumpels oder äh so hab ich halt immer dann äh Tekken gespielt und äh Spyro so das waren so meine ersten Spielerinnen und Crash Bandicoot so gerade so die PS1 Klassiker und als ich dann meinen ersten Gameboy hatte war es dann äh so ein ganz komisches Asterix Spiel das war ich find's cool und ich ich weiß nicht bis heute wo ich meinen fucking Gameboy hin hab der war irgendwann mal weg ich weiß auch nicht keine Ahnung ich hatte auch den den grauen Klotz daheim ich weiß nicht hab ich den verkauft oder ich glaub da hatten wir auch und ich war weiß nicht mehr was mit dem passiert ist der war irgendwann weg und mich hat's aber nicht interessiert weil ich hatte dann irgendwann eine PS2 äh hab ich mir dann gekauft mit 8 Jahren glaube ich und so und dann äh war das alles relativ erwischt was da davor war boah das ist ja seltsam wir nehmen ja jetzt gerade über WhatsApp auf und ich benutze ja WhatsApp Web am Rechner und WhatsApp hat mir jetzt gerade eben am Rechner gesagt Telefonakku fast leer aber mein Akku ist bei 87% ne stimmt nicht warte mal doch leer das ist ja geil ich dachte das war 87% aber ich hab mir diese Fakten auf dem Handy gescreenshottet und dachte jetzt die Uhrzeit die auf dem Screenshot steht ist meine Akkulaufzeit ja und du hast tatsächlich wie viel Akku 15% hmm ja gut ist schwierig ist schwierig ähm ich würd sagen ich dropp jetzt ganz kurz zwischendurch noch den letzten Fakt weil ich hab nur noch einen und dann mach ich mein Handy mach ich wieder zu damit der Akku noch hält ähm also das geht so ein bisschen in die in die ähm es hat jetzt weniger mit Nintendo zu tun aber ich würd gern die Gamer ein bisschen ein bisschen gut in gutes Licht stellen ja und deswegen hab ich mir diesen Fakt rausgesucht äh Chirurgen die mit einer Videospielkonsole aufwuchsen machen im Durchschnitt 37% weniger Fehler als Chirurgen die keine Videospiele in ihrer Kindheit gespielt haben immerhin das das ist cool ja okay was ähm was war was war die nächste Frage das meistgespielte Spiel ähm ganz ehrlich ist bei mir einfach Minecraft ist vermutlich Pokémon wenn man nicht ein einzelnes Spiel nimmt sondern ein Franchise dann ist es Pokémon definitiv Pokémon aber als einzelnes Spiel ist es bei mir Minecraft hm weißt du ungefähr dein äh Spiel so Spiel Stunden nein vergiss es mehrere tausend Stunden okay krass krass ja ja ich hab ja schon einen auf dem auf dem Server auf dem ich jetzt grad spiele ja mehrere hundert Stunden schon okay also ähm das äh ja da komm ich meinem Spiel nicht so ran ähm ich hab äh bei mir Skyrim tatsächlich das gute alte Skyrim äh das hab ich auch äh auf fast jeder Konsole die ich besitze außer auf der PS4 hab ich das Spiel und auch für den PC und ich schätze jetzt mal so so insgesamt zusammengerechnet hab ich bei Skyrim so sechs bis siebenhundert Spielstunden circa so weil ich halt ähm schon des öfteren einen neuen Spieldurchlauf angefangen hab dann Story mal anders gespielt äh Entscheidung anders getroffen dann äh zwei dreimal mit Mods nochmal irgendwie anders reingestartet bin gut aber das gibt Skyrim halt auch her das ist jetzt nicht so wie wir es neulich hatten bei Until Dawn wo du halt das Spiel zwei, dreimal spielen kannst und dann alle Entscheidungen abgedeckt hast sondern bei Skyrim kannst du ja zehnmal spielen und hast zehn unterschiedliche Durchläufe ja und Skyrim macht halt jedes Mal einfach Bock und es ist einfach ein super nice Spiel und es ist ja was war denn das erste Spiel das dich so richtig richtig weggefickt hat so richtig umgehauen so richtig bam Alter ähm soll ich einfach du hättest dich darauf vorbereiten können das war eine Frage von denen die du mir gestellt hast ja ich hab zu jeder Frage natürlich auch eine Antwort so du hast zu jeder Frage Skyrim aufgeschrieben ne das erste Spiel tatsächlich hab ich aufgeschrieben God of War also das erste God of War für die PS2 nice okay und weil das das hab ich mir damals tatsächlich nur ausgeliehen vom Kumpel und hab es dann dahin reingelegt dann hab ich dann angefangen zu spielen und dachte mir so während dem Spiel so was ist das warum ist das so geil und das Ding ist das hat mich einfach komplett weggeblasen und gefesselt und äh grafisch ähm gameplay mäßig äh wie es aufgemacht war äh die Dialoge Synchro hat einfach alles äh komplett gepasst und das hat mich damals echt mega fasziniert und dann dachte ich schon so ja okay Gaming das lässt mich so schnell wahrscheinlich nicht wieder los und äh mehr bitte von God of War bitte ähm das Ding ist ich war nie ein Konsolenkind also ich mein wir hatten ja eine Playstation wie ich erzählt hab aber wir haben dann nie irgendwie auch mal neue Spiele für die Playstation gespielt oder so äh gekauft meine ich sondern mein Dad hat die halt irgendwann mal gebracht irgendwie billig von einem Arbeitskollegen der nicht mehr wollte oder so und dann war die halt da und dann haben wir halt mit dem gespielt was wir hatten aber irgendwie war das nie ein Thema dass man da mal was Neues her tut auch von meinen Eltern aus nicht aber ich war halt ich war halt ein richtig krasses Gameboy Kind und äh später dann auch irgendwann Nintendo also ich hatte auch kein kein NES und kein SNES hab ich auch alles nie besessen ähm Kumpels von mir hatten hatten da immer eher so die ganzen Konsolen aber auf die Playstation also selber Playstation spielen aktiv tue ich erst seit der PS4 und da gibt es einige Titel auf Playstation 1 bis 3 die bestimmt mega gut gewesen wären die ich nie gespielt habe einfach nur weil ich nie den Bezug dazu hatte gerade zum Beispiel God of War der erste God of War Teil den ich gespielt habe war der neue von der 4 und dann habe ich den den God of War 3 remastered habe ich danach geholt aber die ersten beiden sind mir durch die Lappen gegangen aber warum die nicht direkt 1,2,3 quasi als Trilogie remastered haben das Schaum sind dämlich ja irgendwie weird ja gerade Teil 1 und so also Teil 1,2,3 die der Schnetzel stiche einmal komplett durch die ganze griechische Mythologie durch und das macht einfach mega mega Bock also das Spiel was mich als allererstes so richtig umgebumst hat war war bei mir Pokémon Saphir weil ich hatte ich hatte dann damals ja für meinen Gameboy Pocket Pokémon Gold in der Edition bekommen das war mein erstes Pokémon Spiel das war damals damals noch richtig nice ähm äh mit Joto mit den beiden Regionen mit den legendären so das war alles ganz geil und ähm das war aber ja alles nur in dieser ganz alten Pokémon Gameboy Pocket Grafik eben ich hatte dann auch irgendwann mal die blaue Edition noch dazu bekommen und ich glaube ich hatte die gelbe auch und dann kam irgendwann dieser Gameboy Advance raus und mit mit dem dann eben die Pokémon Edition Rubin und Saphir und alter war das ein Upgrade die Animationen waren viel krasser es war plötzlich alles in Farbe es war plötzlich äh mega detailliert so du hast irgendwie die sogar also bei Gold und Saphir waren die Sprites wenn du ins Team reinguckst um deine Übersicht zu sehen waren ja noch irgendwelche Symbole wo irgendwie alle Wasser Pokémon hatten dasselbe Symbol und alle Gesteins Pokémon hatten irgendwie dasselbe Symbol und ab Saphir und Rubin waren das ja kleine Mini Sprites von den Viechern also man hat tatsächlich erkannt was man gerade anguckt so also also das hat so viel neu gemacht und das war so ein krasses Erlebnis damals und man dachte damals ja also das ist ja High End äh Real Life Shit ist es ja wenn man sich jetzt mal anguckt was jetzt so geht Alter aber das war das war damals echt echt äh Mindblowing so für für so einen kleinen Wichskopf wie mich damals Alter hm der Pokémon äh hab ich ich glaube ich hab noch kein Pokémon äh auf auf der Konsole gespielt also auf All-Arne hier auf dem Handheld ich hab mal ein paar Teile äh grad ich meine was war Rubin und äh Platin und äh 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 was waren das andere mit dem mit dem Wal auf dem Cover war das war war das Saphir das ist zwar kein Wal aber ja vermutlich ja ja genau das gespielt aber halt alles auf dem Emulator auf dem Smartphone damals also ich bin auch erst mit mit 18 19 in die ganze Pokémon Welt eingestiegen überhaupt also hatte die Formal kann ein Kartendeck ähm aber den haben wir eigentlich auch ich weiß nicht aber ich hab grad legit gedacht du sagst das hatte davor mein Coming Out es hat sich kurz so angehört als würdest du sagen ich hatte davor mein Coming Out das hatte schon das hatte schon ewig mein Coming Out ähm und dann dein Kartendeck noch ja genau mit dem haben wir nicht wirklich gespielt äh ich weiß ich kenn schon noch Klatschkarten ja ja damit den haben wir einfach Klatschkarten gespielt ich hab mir auch einmal hab ich mir ein Pokémon Deck gekauft und hab's nie benutzt hm naja egal äh Yu-Gi-Oh viel cooler ist zum Spielen ich frag mich ob das noch irgendwie existiert irgendwo oder hab ich das dann irgendwann weggegeben ich hab auch original noch eins ein Deck hab ich noch ok ja das ist zu mehr als ich naja was kommt da als nächstes was hab ich mir aufgeschrieben hier die Top 3 Games da ich lange rum überlegt hm ja ich auch da ich mega lange überlegt ähm ich hab mich entschieden für 3 Games die ich nun aufzählen werde die aber nicht zwangsweise in dieser Reihenfolge die meine Top 3 sind also ich will mich jetzt nicht nicht festlegen welches von denen besser ist sondern die sind einfach in ihrer Einzigartigkeit so unterschiedlich dass es die nicht ranken kann ähm zum einen Pokémon Alpha Saphir das Remake von Saphir weil ich mochte die dritte Generation also Saphir und Rubin am liebsten ich mochte die die Region die Höhenregion ich mochte die Story ich mochte die Pokémon die in der Generation dazu kamen und dann ähm kommt noch dazu dass Alpha Saphir ja äh ein 6th 6th Gen ähm Game ist also da waren ja dann die Megaentwicklung mit drin was ein cooles Spielefeature war ähm die ganzen Pokémon die da mittlerweile dann dazugekommen waren und so ähm das das äh ist von aus der Pokémon-Reihe mein Lieblingsteil bisher äh dann muss ich ganz klar sagen Minecraft Minecraft ist äh einfach so ein ja keine Ahnung es ist es ist ein Game was mich was einen so kreativ fördern kann auf der anderen Seite aber auch mega entspannend und und irgendwie ähm äh auch fast schon äh meditativ sein kann ähm ich hab jetzt zum Beispiel grad wieder eine richtig 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 gute Phase wo ich jeden Tag wenn es geht Minecraft spiele weil ich grad weil ich grad wieder so viele Ideen hab und dann hab ich aber mal wieder eine Phase da fass ich's dann irgendwie wochenlang nicht an weil mir nix einfällt ähm das ist immer so ein bisschen so ein so ein so ein so ein Hin und Her aber aber ähm ja das ist eins einfach eins meiner Lieblingsspiele und als letztes hab ich mich dann entschieden für Assassin's Creed Black Flag Assassin's Creed musste ich irgendwie in die Top 3 Games mit reinnehmen weil das einfach mein allerliebstes Spielegenre äh Spiele meine Spielereihe ist äh neben Pokémon und ich glaub von den von den ganzen Spielen aus der Reihe war Black Flag mein Lieblingsteil ich steh auf Piraten einfach ja ist auch also meiner Meinung nach ich hab Walhalla noch nicht gespielt das könntest vielleicht noch toppen eventuell ja Walhalla ist Walhalla ist sehr geil aber aber für mich stehen Piraten über Wiking an hm ja ich fand also bis jetzt die wo ich gespielt hab fand ich äh Black Flag auch echt am geilsten ja ja mit Pokémon und äh mit Minecraft kann ich einfach äh nicht so viel anfangen so im großen und ganzen äh Sandra fährt auch Vollgriff ab also äh Pokémon aber Minecraft sind ja beide auch raus also da äh keine Ahnung hat mir noch ich hab oft probiert mal wieder anzufangen zu spielen äh aber hat irgendwie nie hab dann nie so richtig äh fuß fassen können drin aber bei Assassin's Creed kann ich äh komplett nachvollziehen gut ich kann es bei den anderen Spielen auch nachvollziehen klar jeder hat ja seinen eigenen Geschmack ja was waren denn deine Top 3 bei mir also bei mir ist auch äh hast du dich für eine Top 3 entscheiden können äh auch schwierig auch schwierig weil es gibt wirklich viele Spiele die mich auf äh bis jetzt äh begleitet haben wo ich sehr begastet davon war ähm aber ja hab dann doch nochmal überlegt und so die die drei Spiele wo ich hab ist dann schon ähm ja so das was ich am ganzsten einfach auch gespielt hab sorry und zwar das macht's authentisch weißt das macht's authentisch ja scheiße also scheiße ist da einer im Zimmer und äh käte trocken so muss man nachfragen ähm und zwar in meiner Top 3 äh ist äh auch nicht gerankt nach äh Platz 1 bis 3 bla aber ich fang einfach mal mit äh The Witcher 3 an weil ähm guter Call ja es ist sehr sehr gutes Spiel äh auch eins der besten Rollenspielen das ich je gespielt hab das war storymäßig perfekt da haben auch die Nebenquests äh mega viel Spaß gemacht weil nicht alles so linear sich abgespielt hat ähm die Entscheidungsfreiheit sehr top das äh die zwei DLCs wo es dann irgendwann dazu gab einfach der Wahnsinn grafisch war das top ähm vom Kampf her also von der Game Mechanik einfach total gut ausbalanciert äh Witcher 3 einfach äh nur sehr nice ähm dann hab ich äh als zweiten äh Skyrim wer hat's gedacht ähm einfach das Spiel wo ich auch am meisten Durchläufe hab insgesamt äh wo mich einfach damals gepackt hat äh ich hab's dann schon ziemlich früh nach Release auch gespielt ähm ja hat mich einfach immer wieder aufs Neue fasziniert das einfach durchzu zu ackern und auch wieder neue Plätze zu entdecken im Spiel und äh mich dann ein bisschen auch in die Lore reinzulesen äh ja das Gesamtpaket Skyrim ist einfach äh sehr sehr nice und dann also die zwei waren eigentlich relativ schnell klar äh für den dritten Teil hab ich schon schon echt überlegen müssen weil gerade Red Dead Redemption 2 hab ich gedacht so das ist auch so ein sehr nice Spiel weil ich Western äh ganz arg toll finde und äh die schöne ähm vielfältige Open World ist halt relativ geil ähm ja aber ich hab mich dann äh schlussendlich für Bioshock entschieden also gerade für den ersten Teil den ich witzigerweise erst nach dem dritten Teil gespielt hab weil der dritte Teil ähm also Bioshock Infinite 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 ähm sehr sehr gutes Spiel aber ich finde die Unterwasserwelt bei Bioshock einfach so geil das Rapture die Stadt die Figuren wo da spielen die Dialoge wo da ähm existieren einfach äh die ganze Spielmechanik an sich ähm die ja das beklemmende einfach das düstere und am Schluss der der ja das Ende vom Spiel die ganze Story an sich einfach ein sehr sehr gelungenes geiles Spiel und eins auch meine ich von den oder nicht oder vielleicht sogar der gut nach Infinite der erste Shooter wo ich so richtig richtig drin war im Shooter Game ähm ja wirklich jetzt will ich ganz kurz eine Frage zwischenschieben ja die die hier auf unserem Zettel nicht steht die mir jetzt aber gerade eben in den in den Sinn gekommen ist ähm welches äh 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 kann ich jetzt mein eigenes Schrift nicht mehr lesen bin ich jetzt blöd ähm was was ist dein 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 Lieblingsgenre an Videospiel aus dem Bauch soll ich sagen Rollenspiel also einfach wo man halt eine Welt hat und sich darin frei bewegen kann und äh Leute anlabern die ihm deine Aufgabe geben so die man dann quasi ab arbeitet so ja die ich mit äh so 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 ähm Third Person Action Adventure RPG muss nicht Third Person sein also Skyrim zeige ich auch aus der Ego Perspektive das kommt einfach viel nicer ähm klar bei Witcher das ist auch Third Person ist auch ein Rollenspiel einfach da die die Mischung aus Aufgaben erledigen und der Story dahinter und so und aus der ganzen Welt wo das stattfindet äh da kann glaube ich kein anderes Genre mithalten so bei der nächsten Frage habe ich tatsächlich lang 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 rum überlegt und ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben die Frage ging nämlich um das schlechteste Spiel ich weiß nicht warum ich da auf keine Antwort gekommen bin er musste ich auch sehr lang überlegen ähm also ich mir ich wenn ich versuche mir da ein Spiel vor Augen zu führen was ich mit dem Titel schlechtestes Spiel abstrafen würde dann fällt mir nichts ein was diesen Titel verdient hätte ja aber vielleicht für dich schlechtestes Spiel ja ja wie gesagt ich bin am überlegen aber ich ich wüsste nicht welches der Spiele die ich je gespielt habe das schlechteste war also mir ist da nichts drauf eingefallen also ging es nicht mehr so dass du ein Spiel reingemacht hast und so eine halbe Stunde stunde gezockt hast und dachtest so weg mit dem ich weiß es nicht mehr ich habe echt lange rüber überlegt aber mir ist echt nichts eingefallen ich hatte überlegt an sowas wie Mario Party und so was halt irgendwie witzig ist wenn man das mit Kumpels zusammenspielt aber was ja an sich eigentlich nicht so das nice Spielprinzip bis alles was irgendwie mit Minispielen ist hat mich noch nie so wirklich gecatcht aber ansonsten keine Ahnung ich tue mir schwer das zu beantworten also ich habe auch wie gesagt lange überlegt und dann ist mir eingefallen Troll and I heißt das Spiel also der Troll und ich das habe ich mir mal bei Müller mitgenommen für 3 Euro oder so und habe es dann daheim reingelegt und habe wirklich eine halbe dreiviertel Stunde gezockt und dachte mir so raus mit habe ich es dann wieder raus weil das war einfach grafisch sehr ungeil gameplaytechnisch sehr einfach schwammig und einfach nicht gut programmiert und storytechnisch auch eher unteres Niveau alles in allem einfach nicht stimmig es hat einfach keinen Spaß gemacht beim Spielen habe ich es raus und habe es wirklich geschafft es vor 5 Euro noch auf Ebay Kleinerzeigen zu verticken win-win richtig kackspiel also keine empfehlung geht an das Spiel das ist echt beschissen einfach bleiben wir mal ganz kurz beim negativen Vibe ändern die Frage aber ein bisschen ab gibt es oder beziehungsweise welches Spiele Feature oder welche Art von Mission zum Beispiel oder welches Spiele Feature hast du am meisten in Videospielen Escort Mission Dankeschön bitteschön was anderes kann man hier auch gar nicht nennen weil so weil alles andere hat ja noch irgendwie so Sinn oder macht das Spaß aber es eskortieren ist in keinem Spiel macht das Spaß das ist einfach immer scheiße ja und ich finde es zum Beispiel auch richtig richtig ätzend das ist auch so eine Kleinigkeit wenn man irgendwie eine Mission hat wo man dem NPC folgen soll weil der einem irgendwas zeigt oder erklärt und man läuft immer schneller als der NPC oder langsamer ne langsamer ist ja okay ne aber aber wenn man wenn man oder oder was auch schlimm ist ist wenn man wenn man normal läuft läuft man langsamer als der NPC und wenn man dann sprintet läuft man schneller als der NPC also man hat nie die richtige Geschwindigkeit ja das fand ich bei Rite 2 sogar gelöst wenn du gerade geritten bist hat sich die Rite Geschwindigkeit immer synchronisiert mit deinem mit dem wo du halt gerade die Mission gemacht hast das war immer ganz nice aber sonst auch immer echt knaufig so dass du nicht genauso schnell gehst wie dein NPC naja jetzt haben wir noch eine Frage hier auf dem Zettel stehen zumindest auf meinem Zettel ich weiß nicht ob du noch irgendwas anderes notiert hast bei mir steht jetzt noch welches Game muss noch erfunden werden und das ist eine Frage die sehr sehr viel Potenzial hat groß drüber zu quatschen wir gucken mal wie wir es hinkriegen ich würde einfach mal frech starten ich finde es sollte ein Pokemon Game geben in dem man alle Regionen bereisen kann jetzt sagen die Leute wie soll das dann mit dem Level Cap funktionieren du bist ja dann total überlevelt irgendwann spätestens ab der dritten Region ich habe alles durchdacht du fängst in einer Region an du fängst in einer sagen wir du fängst lass es uns chronologisch machen sagen wir du fängst in Kanto an wählst dir deinen Starter aus spielst die Arenen durch hast am Ende deine Liga besiegt und sobald du die Liga in einer Region besiegt hast erspielst du dir das Recht in die nächste Liga weiter zu reisen aber du darfst deine Pokemon nicht mitnehmen sondern du musst dir einen neuen Starter raussuchen und von vorne anfangen das heißt in jede Region in der du die Liga schon besiegt hast darfst du mit all deinen Pokemon hingehen aber in die neue noch nicht somit könntest du das Level Cap von 100 bewahren und könntest aber dann zum Beispiel neue Editionen immer als DLC zu einem bestehenden Game hinzufügen und müsstest nicht jedes Mal ein neues Game rausbringen wo du dann jedes Mal den Scheiß hast mit Pokemon hin und her tauschen und Pokemon dann hast du noch eine zusätzliche App die Pokemon Bank Pokemon Box keine Ahnung Pokemon da ablagern hier tauschen bla das würde alles wegfallen weil du alles in einem Account hast natürlich könnte man dann wieder sagen ja aber dann spielst du ja im Prinzip achtmal hintereinander dieselbe Story nur mit anderen Pokemon okay dann könnte man aber auch genauso gut eine einzige große Open World machen und die immer wieder mit neuen Regionen füllen also einfach ein Open World Pokemon Game anscheinend bekommen wir das ja ja Pokemon Legenden Azeos das im Januar rauskommt soll ja anscheinend zu Open World mäßig sein das erste was in die Richtung ja ging war ja die Naturzone in Schwert und Schild und anscheinend soll ja praktisch Legenden Azeos ja soll ja es soll ja komplett so sein also es scheint in die richtige Richtung zu gehen aber das würde ich mir wünschen ein Spiel in dem man alle Regionen bereisen kann das das wär's das wär mein mein Grind das ist doch fein ja so ein richtig geiles Open World Pokémon Spiel wo man als also ein Pokémon Rollenspiel wenn man so will ja im Prinzip es könnte dann gerne auch in der Grafik von oder halt im Stil von Schwert und Schild sein in dem Grafikdesign das war ganz nice so könnte ich mir gut vorstellen man könnte sich dann also man könnte im Prinzip ja die komplette Reihe rebooten und eine neue Story durch die durch die Regionen ähm sich ausdenken die sich dann vielleicht auch über die verschiedenen Regionen fortsetzt ja und die ganzen Legendären irgendwie mit einbindet und so also man hätte da so viele Möglichkeiten aber Game Freak ist da so so eingefahren in ihr System und und die die machen alles nur irgendwie auf Nummer sicher damit halt die ganzen Fanboy Kunden die Spiele eh kaufen und sie gucken ja irgendwie dass sie jedes Jahr noch neuere noch jüngere Spieler akquirieren und deswegen werden die Spiele jedes Jahr leichter und irgendwie kindlicher also ich hab keine Ahnung was was Game Freak da macht aber ich hab das Gefühl das geht nicht mehr so lange gut naja aber die die Leute kaufen es glaubt trotzdem einfach also jetzt zum Beispiel auch mit den mit den Remakes von Diamant und Perle die die komplette Pokémon Community hat sich so sehr gefreut auf diese Spiele und dann werden die angekündigt mit einem Trailer und es sieht so scheiße aus es ist wirklich richtig man es ist es ist tatsächlich einfach ein Remake von dem Spiel man hat das Spiel genommen hat einfach die Grafik ein bisschen hochpoliert es sind total hässliche Chibi Figuren wo die Köpfe dreimal größer sind als der Rest vom Körper es ist ich dachte halt wenn die das Remaken dann bringen die das im Design von von Schwert und Schild und man man schafft dann eben was was an Schwert und Schild rankommt und was da halt einfach Ähnlichkeiten hat damit man dann auch hin und her tauschen kann und bla aber aber es es ist einfach nur hässlich und ich verstehe es dann halt nicht naja da könnte ich mich jetzt noch ein bisschen drüber aufregen aber ich lasse mal bleiben ja tu das ähm genau was ich mir ausgedacht hab ähm was es für ein Spiel noch geben müsste ist ein Mix aus ich sag mal zwei Spielen und ne Serie so okay aber ich finde generell es gibt viel zu wenig gute Spiele mit Vampiren deswegen habe ich als Aushängeschild die Serie True Blood weil es wirklich ne geile Vampir Serie ist die ist düster die ist robust die hat ein bisschen Gossip und äh ist einfach rund in ihrer Erzählung das passt dann hätte ich gerne sowas wie GTA aber halt gemischt mit dem äh der Freiheit und dem Level System von The Witcher okay dass man halt ein Vampir spielt als äh als Protagonist haha ähm als Hauptfigur äh dass man Vampir spielt in so einer offenen Welt wie GTA dass man halt schön rumreisen kann äh schön auch die die Quests und Missionszeug hat und halt so ein Level System oder ja einfach so ein bisschen rollenspielmäßig so wie bei The Witcher oder Skyrim wo man halt leveln kann ähm Fähigkeiten ausbauen kann und so was was unterscheidet sich oder wo unterscheidet sich für dich die offene Welt von GTA und die offene Welt von The Witcher ja The Witcher ist weniger was steht die die ja oder halt Vampir hatte ich äh also ich könnte es mir vorstellen in der Neuzeit also im heutigen Alter gerade von GTA 5 die Map könnt ihr einfach so übernehmen und dann einfach so äh ich bin Vampir und ich äh beiß euch jetzt alle so missionsmäßig halt aufbauen ähm ähm klar als Schnellreise wäre natürlich noch geil wenn das um die geht oder dass man als Fledermorschwarm halt irgendwo hinfliegt und sich neue Fähigkeiten erschließt das wäre ja auch super witzig ja wenn du auf der Map sagst okay ich will da und da hinreißen und dann siehst du einfach wie dein Spieler sich in so Fledermäuse auflöst und aus dem Bild flattert ja und dann ist so Übergang zu schwarz und dann geht das Bild wieder auf und du bist am neuen Ort und dann fliegen diese Fledermäuse so her und formen wieder eine Menschen ja ja allgemein wirst du so so GTA und hat eigentlich immer schon so so geile äh Open World Maps so an sich also gerade Neuzeit betreffend und äh da einfach so ein schönes äh Vampir äh Story Setting rein von so Richtung True Blood von der Serie her und halt einfach so ein Level zu stehen wie bei The Witcher wäre einfach ich hatte mir immer ich hatte mir immer ein Supernatural Spiel gewünscht mhm das stelle ich mir auch nice vor wo man dann äh Servus der Modin quasi spielt ja ja oder es könnte ja auch einfach sein dass du halt eine Figur in diesem Universum spielst und dann ähm keine Ahnung begegnest du denen vielleicht mal bei einem Job oder so also es müsste ja nicht zwangsläufig also generell halt so Monster Jäger ja einfach so so ja die Richtung halt hätte ich mir so im Stil von von ähm hier äh Until Dawn hätte ich mir das sehr gut vorstellen können ah also da hätte ich glaube schon eher so so Richtung Witcher so wo du dann wirklich so suchen musst und eine geile Story du hinter hast so das kann ich mir ginge beides klar auf jeden Fall ne würde ich würde ich auch spielen wäre cool aber ich bin jetzt wieder in der Serie drin hab ich wieder bin wieder hooked absolut willkommen und äh er macht einfach Bock zum gucken was was für eine Staffel guckt ihr also ich hab äh mal geguckt was ist durchgeschaut durch die Bibliothek äh an Staffeln und Folgenbeschreibungen bla und da war ich äh Ende siebte Staffel war ich bin ich quasi ausgestiegen hab dann jetzt die ersten paar Folgen von Staffel 8 geguckt und dann hab ich äh den Rest kannte ich aber dann wieder und jetzt bin ich gerade bei Staffel 9 so am Anfang ok wieder oh ja echt eigentlich die kann man halt so schön 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 weggucken die kann man richtig so schön weggucken guckst du es auf Englisch oder Deutsch ich hab's wirklich auf Englisch probiert vielleicht guck ich's dann nochmal irgendwann auf Englisch an aber so rein um die Story jetzt äh zu verfolgen und das alles nochmal quasi mit aufzusaugen hab ich's jetzt mal auf Deutsch Hast du dann die letzten paar Folgen von Staffel 8 geskippt weil du wusstest ich kenn die schon ja oder hast du das Finale von 8 nochmal geguckt ne hab ich nicht das Finale von 8 war ja war ja die die Folge wo die Engel fallen ja genau genau wo dann wo dann Cass war ja und das war diese eine Folge in der Crowley so so gut war und auch in der in der Mark Shepard der Schauspieler von Crowley so gut gespielt hat das war das das war das mit diesem I deserve to be loved das war so ein krasser Moment damals als ich das gesehen hab zum ersten Mal ne ja das ist das kann ich alles noch aus äh von früher vom Gucken beziehungsweise wo was anderes dann halt auch weiter geschaut hat ähm und ich guckte es einfach mit mir nochmal halt an also die ist mit äh Staffel 14 schon durch und äh guckte halt jetzt einfach nochmal äh mit weil Supernatural ist echt ne ne coole Serie tatsächlich ich weiß auch nicht warum ich damals keinen Bock mehr hatte aber irgendwelche Gründe wird's schon gehabt haben hast du jetzt noch irgendwie Fragen äh offen ne ja also das was ich äh mir aufgeschrieben hab wurde alles beantwortet ich hab jetzt noch ein entweder oder oder einen Ohren äh und einen Ohrenschmaus ich würde fast sagen wir skippten das entweder oder und kommen noch zu den Ohrenschmausesses und dann sind wir nämlich auch schon relativ gut in der Zeit wir sind jetzt bei einer Stunde 41 ähm gut ich meine dass die super krasse äh Hyper Deluxe Limited Gaming Folge äh ein bisschen ein bisschen länger wird hätte man sich denken können ähm ähm was soll man machen sollen wir es noch mit reinnehmen oder die Ohrenschmäuse ne ich meine das entweder oder ist äh relativ glaube ich kurz abgehandelt weil da jeder eine stabile Meinung dazu hat was soll's also rein damit äh PC oder Konsole PC Konsole also Ohrenschmaus schön dass wir drüber gesprochen haben ähm ne also ich meine ich bin ja ich bin ja äh offen gegenüber Konsolen ich hab mir ja jetzt selber hier mit Playstations ausgestattet und wir haben ja auch eine Switch und so ähm die Xbox ich weiß nicht warum ich die Xbox nie cool fand aber auch die Spiele die man auf der Xbox spielt haben mich nie abgeholt grad sowas wie Halo oder oder irgendwie Forza und so Zeug das war immer nie nie mein Grind ich fand die ganzen Xbox äh Playstation Exclusive halt immer geil weil das halt eher die Richtung an Spiel ist die ich mag grad sowas wie Uncharted oder auch Horizon Zero Dawn oder 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 God of War oder so das das ist eigentlich einfach eher meine meine Richtung an Spiel so deswegen war die Xbox irgendwie nie so mein Ding aber an sich ist es natürlich auch eine nice Konsole so ähm und und auf dem PC hab ich dann halt so the best of both worlds also ich kann am PC halt auch Xbox Games spielen so über den Game Pass und so und deswegen ähm ja komm ich da einfach am besten am besten mit zurecht außerdem ähm nehm ich auch meine Let's Plays über den Rechner und so auf und da dann jedes Mal extra die am Fernseher die Plays abzustöpseln mir die unten an meine Capture Card hinzupacken bliblablub äh ist das mit zu blöd ich spiel's dann halt am Rechner mhm ich hab auch zum Beispiel schon ganz viele Spiele die ich am auf der Playstation schon hatte äh dann für den Rechner nochmal neu gekauft als sie dann für den PC rauskamen grad zum Beispiel Horizon also das was auf meinem Kanal äh läuft das Horizon Let's Play das ist die Steam-Version und ich hab die aber davor auf auf der Playsi auch schon gespielt so ja mhm ja ich bin bin ganz klar Team Konsole weil ich fand's einfach immer weil ich von der Bequemlichkeit her ich nehm die Konsole steck das Spiel rein und kann losspielen oder hab's halt installiert vorher und dann kann ich losspielen so besser was heutzutage auch einfach nicht mehr der Realität entspricht weil jedes Mal muss man erst mal 1000 Gigabyte Update runterladen ja ganz ganz bescheuert aber damals noch zu PS1 2 und 3 Zeiten ja PS3 war schon schwierig aber grad PS2 da hab ich Spiele Daten einfach auf dem Disk Träger waren mhm ja ich halt weil das war immer so du hast Spiele reingelegt hast gespielt passt so beim PC musst du dich noch so um das System PC noch ein bisschen auskennen da bin ich jetzt auch nicht ganz null also ich kenn mich schon mit PC auch aus aber ähm wenn ich wirklich zocken will will ich das Spiel reinlegen und will dass das Ding funktioniert und will nicht noch irgendwie eine Einstellung ändern müssen bla oder gucken auf der läuft's auf 60 Frames 330 ja ne einfach Konsole ich leg das Spiel rein Spiel und bin zufrieden ich kann auf dem Sofa dabei sitzen ähm hab's gemütlich und passt so weil PC fand ich auch immer tatsächlich ein bisschen ungemütlich auch mit Maus und Tastatur zocken ist jetzt eigentlich auch nicht so meins also wenn ich mal am PC zocken sollte hab ich auch immer einen Controller am Start also grad äh so am alten Laptop da hab ich äh 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 GTA 5 oder so zock ich alles mit dem Controller mit dem Xbox Controller es ist doch es ist doch unumstreitbar einfacher mit einer Maus zu zielen als mit einem Analog Stick find ich überhaupt nicht ich hab's nie gelernt und ich hab's nie gebraucht oder ich hab's nie gemacht ich hab mit einer Maus kann man doch viel präzisere Bewegungen machen als mit so einem Analog Stick kann man wahrscheinlich schon aber ähm wozu gibt's denn die äh Unterstützung auf der Konsolen ne also ich hab auch so am PC dann halt keine Spiele also ich zock alles mit Controller am liebsten so mit Maus und Tastatur wenn's halt nicht anders geht klar logisch äh dann schon mal am PC ein Spiel wo es halt auch nicht auf Konsole gibt aber das gibt's fast eigentlich gar nicht ich werd irgendwann so beerdigt ja wahrscheinlich ähm Tastatur aber wenn's geht Controller an mir nah und dann dann ist gut so bin einfach also klar Maus brauch ich halt zum wenn ich Videos schneide oder Bilder bearbeite bla keine Ahnung so aber zum Zocken dann äh den guten alten Controller war das nicht so dass das äh dass Apple nur ne ma dass die Maus bei Apple nur eine Taste hat ja oder du kannst äh links und rechts klick kannst du anders äh also es geht schon kannst du einstellen kannst du programmieren ok 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 da bin ich zufrieden ok gut dann würde ich sagen wollen wir jetzt als allerletztes zu unseren Ohrenschmäusen Schmaus was ist die Mehrzahl von Ohrenschmaus Ohrenschmäuse hätte ich gesagt ok dann kommen wir jetzt zu diesen die wie wie ich versprochen habe auch Gaming Related sind ja ähm also ich weiß nicht ich 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 für meinen Teil kann dieses Versprechen einhalten bei dir bin ich gespannt ähm äh hallo leg gerne zuerst vor äh und zwar ich hab ähm ein Lied genommen das ist jetzt in der Version wie ich es rausgesucht hab äh einfach nicht so im Spiel enthalten ähm das heißt Himmelsrand das ist von Equilibrium es ist im Prinzip dieses Main Theme von ähm Skyrim quasi nochmal neu aufgenommen von der Band aber als als Cover als Cover quasi von Equilibrium weil das äh ballert einfach übel geil ähm Equilibrium auch eine sehr sehr geile Band die machen so äh Pagan Metal Volk Metal und ähm es klingt einfach wunderbar geil so und weil Skyrim einfach eins von meinen Lieblingsspielen ist hab ich gedacht das Lied passt ganz gut kam auch zwei Jahre nach dem Release von Skyrim direkt raus von der Band äh Himmelsrand von Equilibrium sehr schön wir bleiben in dieser na zumindest grob in diesem Genre das ist nicht Pagan so aber wir bleiben im 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 Rock ne ähm das Lied das ich mir rausgesucht hab kommt aus dem Spiel von aus dem Spiel Far Cry 5 in selbigen Spielen gibt es nämlich äh immer wieder so so ähm hast du es gespielt Far Cry 5 jo ähm dann dann kennst du das Lied natürlich in diesem äh Spiel kommen immer wieder so Stunt Stuntman Missionen vor und ähm ähm in Game ist der krasseste Stuntman der Welt ist Clutch Nixon ja und Clutch Nixon ist einfach the man ja the American the man himself ja und er ist der krasseste Stunt Dude und man versucht eben seine Stunts nachzumachen ähm und jedes Mal wenn man da so eine Mission spielt kommt ein ein halt dieser eine Song und der ist von der Band namens The Road Vikings und der Song heißt The Ballad of Clutch Nixon und das ist so ein ein geiler energiegeladener treibender Song ich find den so gut und denn der der ist auf jeden Fall auch auf meiner auf meiner Spotify Playlist die ich mir tagtäglich reinziehe es ist so so ein nicest Ding der hat der hat einfach so Power es macht so Spaß und und grad auch im Spiel spiegelt es diese America Fuck yeah Einstellung so geil wieder America Fuck yeah Ja genau das dieser Song spiegelt das so schön wieder Geil Das find ich sehr gut The Ballad of Clutch Nixon gebt's euch mal das ist äh ja da da seh ich mich Ja schön schönes Ding auf jeden Fall Schön Schön Okay dann haben wir jetzt in diesem Moment die eine Stunde 50 Minuten Marke geknackt Ja das passt doch Sweet Ja ich glaub das geht Für so eine Special Gaming Folge kann man das schon mal machen Aber dann würde ich Willst du noch irgendwas loswerden Ansonsten würde ich mich direkt an die Abmoderation machen Jo Passt Jo Okay Dann liebe Freunde Ich hab's vorhin schon mal angesprochen Zum Gaming Thema Wenn euch da noch irgendwas einfällt Wenn ihr uns verraten wollt was eure ersten Spiele meistgespielten Spiele schlechtesten Spiele was auch immer waren eure Top 3 oder so zu egal welchem Thema aus dieser Folge nehmt gerne Bezug und schnickt mit uns schnickt schnackt mit uns in den Kommentaren darüber Wir sind da sehr gespannt auf eure Meinung dazu und ja dann vergesst nicht den Hashtag Fußballgras den den will ich auf jeden Fall hart geballert sehen in den Kommentaren und dann würde ich mich jetzt schon mal verabschieden würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid und dann gebe ich die letzten Worte ab an den lieben Micha und sag Tschö meine Lieben da draußen das Gaming Fever wieder auch gepackt und ihr schleppt nochmal die alte Konsole aus dem Schrank die eingestaubt ist ran an den Bildschirm und legt mal wieder los oder installiert mal wieder ein Spiel auf dem PC ansonsten ansonsten wünsche ich euch alles Gute kommt super gut durch die Woche wir hören uns battle